Hey, hier ist Unkar Skermiker von Bio360 und ich habe in dieser Episode die Medizinerin Dr. Konstanze Lohse gesprochen und wir reden über das Thema Psoriasis alias Schuppenflechte, wir reden aber auch ein bisschen über generell Haut natürlich und haben dabei den ganzen Menschen im Blick, sondern es geht natürlich hier nicht darum, wie viel Cortisol-Creme sollte man sich draufschmieren und wie viele Antibiotika-Pillen sollte man nehmen, sondern wir schauen ein bisschen, was macht die Schulmedizin, was sind so die ganzen Faktoren, die natürlich damit reinspielen. Vorausblick, natürlich viel hat das zu tun mit Ernährung, mit Darm, mit Autoimmunkrankheiten, das wird es dann gleich erzählen und da gibt es natürlich ganz viele Einflussfaktoren, Leaky Gut und so weiter. Das Übliche im Grunde genommen, aber es wird hier auch nochmal, glaube ich, ganz deutlich, wie sehr etwas, was wir auf der Oberfläche vermuten oder was wir topisch vermuten, wo wir draufschauen und sagen, das muss weg, das darf nicht sein, das ist hässlich, wie sehr das wirklich verwoben ist mit unserem Lebensstil. Und die gute Nachricht ist, dass man massiv viel auch selber tun kann. Es ist sicherlich auch an einem bestimmten Punkt sinnvoll, dann auch mal einen guten Arzt, Heilpraktiker oder wie auch immer, also einen guten, jemand, der einen großen, weiten Blick drauf hat, darüber schauen zu lassen, vielleicht den einen oder anderen Laborwert nehmen zu lassen. Aber du kannst aus diesem Podcast schon so massiv viel rausziehen, was du schon alles für dich tun kannst. Also wenn das für dich ein Thema ist, überhaupt Haut, wenn du eine schöne Haut haben möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall diesen Podcast anhören und dieses Wissen mitnehmen. Auch vielleicht, ja, um es auch mal hin und wieder vielleicht jemand weiterzugeben oder vielleicht weiterzuempfehlen, wenn jemand, irgendjemand vielleicht kleine Hautschwierigkeiten haben sollte, falls das in deiner Umgebung irgendwo sein sollte, dann sollte man solche Informationen, glaube ich, nicht vorenthalten, denn, ja, da ist halt auch, ja, das ist natürlich ein ganzheitlicher Ansatz und es geht ja nicht nur um die Haut, es geht dann letzten Endes um den ganzen Körper und wer schon eine Autoimmunkrankheit hat, wie zum Beispiel eine Schuppenflechte, der, der, ist, läuft halt Gefahr irgendwann mal noch viel schlimmere Dinge zu bekommen. Das ist ein Warnzeichen, da sollte man schnell darauf reagieren und entsprechend sich, ja, anpassen, seine Lebensumstände ein bisschen verändern und es lohnt sich. Da hat man letztendlich auch bessere Laune, mehr Energie, besseren, höheren Sexualtrieb und so weiter. Also das lohnt sich nicht nur für die, keine Ahnung, für die Ellbogen, sondern für den ganzen, das ganze Leben letzten Endes. Mit diesen Worten ein bisschen Werbung und dann geht's los. Viel Spaß. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen. Hallo Konstanze, schön, dass du hier bist. Hallo, vielen Dank. Wir wollen über Psoriasis und Hautkrankheiten sprechen. Da bin ich sehr gespannt. Das ist eigentlich ein Thema, was ich für mich nicht so auf dem Schirm habe, weil meine Haut sehr gut ist. War aber tatsächlich auch nicht immer so. Als Jugendlicher hatte ich auch irgendwie Eczeme und solche Geschichten und habe dann da auch teilweise Hausmittelchen angewendet, kommen wir dann später zu. Bevor wir einsteigen, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor und dann machen wir weiter. Ja, mein Name ist Dr. Konstanze Lohse. Ich bin Facharztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt und Leidenschaft für Präventivmedizin. Ich habe eine eigene Praxis in Norderstedt in der Nähe von Hamburg und versuche da aber so gut es geht, neben der normalen Hausarztmedizin auch die ganzheitliche Medizin vor allem mitzumachen. Deswegen habe ich mich eben auf Ernährungsmedizin, Mikronährstoffe, Sportmedizin und Naturheilkunde spezialisiert. Und weil ich einfach gemerkt habe, ja, das Normale reicht nicht aus, um die Patienten gut zu behandeln. Und auch durch meine eigene Krankheitsgeschichte bin ich so ein bisschen in diese Richtung gestoßen worden, mich dann ganzheitlich mit der Schuppenflechte auch auseinanderzusetzen. Schuppenflechte und Psoriasis ist das Gleiche? Ja, Psoriasis ist einfach nur der Fachbegriff. Schuppenflechte ist ein bisschen leichter verständlich, aber erklärt auch schon so ein bisschen, was es eigentlich ist. Ja, okay. Ich fange mal ganz woanders an, was ist denn eigentlich die Haut? Ja, die Haut, eigentlich wissen wir irgendwie alle, dass es unsere Körperhülle ist, aber so die Abgrenzung von innen nach außen. Aber im medizinischen Sinne ist es ein Organ, sogar das größte Sinnesorgan, was wir haben. Nur der Darm ist eigentlich noch größer von der Quadratmeter Oberfläche. Wir haben, je nach Größe und Umfang natürlich so ungefähr zwei Quadratmeter. Und es ist ein Stoffwechselorgan, da wird Sauerstoff transportiert, Nährstoffe transportiert, die Wärme wird reguliert. Es grenzt uns, wie gesagt, abschützt uns vor Umwelteinflüssen. Es ist also doch so viel mehr als das, was wir vielleicht nur erahnen. Es grenzt ab, verbindet aber auch, oder? Absolut, absolut. Also Berührung zum Beispiel. Richtig, wir haben da eben auch die Haut, da sind eben ganz viele Sinnesrezeptoren auch drin. Die Tastrezeptoren, Vibrationsempfindung kann man spüren, dann die Thermorezeptoren. Also man kann Wärme alles spüren und es heißt ja auch nicht umsonst, sich wohl in seiner Haut fühlen. Das ist ja dann noch so ein ganz schönes Sprichwort und bei vielen dann eben nicht der Fall. Das heißt, die Haut ist auch das, was wir nach außen hin sehen, dass die einen guten Eindruck macht, dass die hübsch ist. Dass gerade jetzt im Sommer, wo wieder mehr Haut gezeigt wird, ist ein Riesenpunkt. Aber es hat eben wichtige Funktionen für unseren Körper. Inwiefern ist denn auch der mikrobielle Austausch wichtig, deiner Meinung nach? Also wir sind ja besiedelt quasi von ganz vielen Bakterien. Wir denken immer, wir leben in einer sterilen Welt, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Gerade auf der Haut sind Milliarden von Bakterien, Milliarden von Mikroben, alles, was dazu gehört. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass das in Ordnung ist. Denn nur wenn das intakt ist, dann kann die Haut letztendlich auch funktionieren. Ja, also das ist schon komplexer. Das ist auf der einen Seite ist irgendwo die Hülle nach außen, auf der anderen Seite ist es Kontaktstelle und es ist auch Austauschstelle für das Mikrobiom. Denn wir nehmen ja auch Bakterien, die wir ja brauchen, auf über unsere Nasen, Nebenhöhlen und so weiter. Zum Beispiel sind große Fänger dafür, aber natürlich auch über den gesamten Körper und die gesamten Hautflächen und so weiter. Das ist natürlich in den letzten zwei Jahren unpopulär geworden, aber wir brauchen das letzten Enden nicht, um gesund zu sein. Aber das brauche ich hier meinen Hörern nicht weiter zu erzählen. Dafür habe ich genug sehr umfangreiche Podcasts gemacht. Ja, ich hatte selber Schuppenflechte als Kind. Kinder haben das häufiger. Wieso? Was ist das überhaupt, Schuppenflechte? Wie kommt das? Also viele denken, Schuppenflechte ist eine reine Hauterkrankung und das ist es leider nicht. Es ist eine Systemerkrankung und auch eine Autoimmunerkrankung. Das muss einem bewusst sein. Mir war das jahrelang nicht bewusst. Ich dachte immer nur, ich habe da ein paar Eczeme. Eczeme heißt ja einfach nur trockene Hautstellen. Und das ist das, was viele natürlich haben. Auch Babys, Kinder, auch teilweise Erwachsene. Das kann man mal im Laufe der Zeit entwickeln. Das muss dann nicht gleich eine Schuppenflechte sein. Es kann auch eine Neurodermitis sein. Es kann eben auch nur eine vorübergehende Eczembildung sein. Und je nachdem, wie die Lebensphase auch so ist, bildet ich das dann eben aus verschiedenen Gründen aus. Eine richtige Schuppenflechte kann sich im Kleinkindalter manifestieren, aber auch im Erwachsenenalter. Das Durchschnittsalter ist meistens so 28 Jahre, wo das tatsächlich so richtig zum Ausbruch kommt. Aber möglich ist es eben in allen Lebensphasen. Aber es ist eben keine reine Hauterkrankung, sondern wie gesagt eine Systemerkrankung. Teilweise bis zu 15 bis 40 Prozent auch Gelenkbeteiligung ist mit dabei. Gelenkbeteiligung? Genau. Also Psoriasis Arthritis. Das ist tatsächlich die Form, wie so eine Art Gelenkrheuma, Gelenkschmerzen. Aber die Ursache ist dann tatsächlich die Schuppenflechte. Und dadurch, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, bilden sich quasi Autoantikörper, also Antikörper gegen körpereigene Strukturen. In dem Fall zum Beispiel dann die Haut oder dann auch die Gelenke. Und wir wissen ja auch, dass wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, dass man dann automatisch auch ein höheres Risiko hat für weitere Autoimmunerkrankungen. Und deswegen haben eben viele Patienten da nicht nur eine Schuppenflechte, sondern vielleicht auch noch einen Hashimoto, also eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung oder im schlimmsten Fall eben auch eine Multiple Sterose. Wie kommt das denn, dass dann Kinder schon ganz früh teilweise dann eine Autoimmunkrankheit haben? Oder kann man das dann immer davon ausgehen, wenn die jetzt Eczeme ist, du hast gesagt, das ist eine trockene Stelle. Also es kann dann einfach auch Psoriasis sein? Oder ist das das Gleiche? Ist das das Synonyme? Nee, Eczeme heißt im medizinischen Sinne erstmal nur, ich habe eine trockene Hautstelle. Trockenschuppe ich letztendlich. Sowas kommt und geht ja auch schon mal. Wenn man zum Beispiel viel Zucker isst, dann kann man das beobachten, wie plötzlich irgendwelche Stellen, die dafür sensibel sind, plötzlich trocken werden. Genau, oder auch wenn man Alkohol trinkt. Deswegen hatte ich ja gesagt, diese Phase, wo das so mit 28 Jahren im Durchschnitt auftritt, habe ich schon gedacht, ob das bei vielen dann so nach dem Studium ist. Zumindest war das in meiner Zeit so, dass es während des Studiums durch meinen ungesunden Lebensstil sich das stark verschlechtert hatte. Aber ein Eczeme heißt nicht gleich, dass es Schuppenflechte ist. Das kann eben vorübergehend nur eine trockene Hautstelle sein. Wie du sagst, letztendlich durch gewisse Umstände, Lebensumstände gibt es eben verschiedene Ursachen für. Aber du hast vollkommen recht, es nimmt schon zu. Und da müssen wir uns eben fragen, sämtliche Erkrankungen nehmen ja tatsächlich zu. Auch die Schuppenflechte, auch allgemein Eczeme sind immer mehr auf dem Vormarsch. Und da müssen wir uns einfach fragen, warum ist das so? Und da stelle ich jetzt schon mal in den Raum, dass möglicherweise unser Lebensstil nicht mehr so ist, wie er eigentlich sein sollte. Du erzählst dich das, aber ja, das ist eine der Ursachen. Aber wenn man sowas hat, man sollte es auf jeden Fall abklären. Für gewöhnlich ist die Schuppenflechte eine Blickdiagnose für den Hautarzt. Es sind dann eben Schuppen, so silbrige Hautschuppen. Und die sind auf gerötetem Hautgrund. Also die Unterstelle ist quasi rot und drauf sind so silbrige Schuppen. Und da gibt es verschiedene Phänomene, wie der Hautarzt dann, wenn man das so abzieht, zum Beispiel, sieht man ziemlich genau, ist das jetzt eine Schuppenflechte oder nicht. Und im Allergrößten, wenn man ganz unsicher ist, müsste man das eben einmal einschicken und andere Hauterkrankungen ausschließen. Aber für gewöhnlich ist es eine Blickdiagnose. Und um das zum Beispiel auch abzugrenzen von der Neurodermitis, ist die Schuppenflechte, sieht ja ähnlich aus, bis auf, dass es eben noch mehr diese Schuppung gibt bei der Schuppenflechte, diese silbrigen Häutchen. Aber die Schuppenflechte tritt mehr an den Streckseiten auf, als die Neurodermitis zum Beispiel an den Beugeseiten. Da kann man das häufig tatsächlich schon, also wenn du zum Beispiel die Ellenbeuge hast, das haben eben häufig die Neurodermitiker, haben dort ihre Stellen, wo sie sich jucken und kratzen. Also, sorry, Beuge ist innen, ne? Ist innen, genau, ist hier innen. Während eine Schuppenflechte eher quasi hier außen ist, an den Streckseiten. Das kann man sich eben auch ganz gut merken. Strange. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Und es geht eben häufig einher mit Juckreiz, auch mit Schuppenbildung auf dem Kopf. Das ist ganz, ganz häufig. Und deswegen fühlen sich die Patienten nicht wohl in ihrer Haut. Ja, ich möchte auch auf die Neurodermitis mal eingehen und die den Begriffen auseinandernehmen. Neuro und dann Derm, Haut, Itis, Entzündung. Wieso Neuro? Und also das deutet ja auf Entzündung hin. Das ist ja schon mal spannend genug. Da können wir dann später drüber reden. Ist das bei der Schuppenflechte auch so? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen auseinanderflücken, die beiden. Also es ist eine Entzündung. Es sind beides entzündliche Hauterkrankungen, definitiv. Es ist auch viele Überschneidungen tatsächlich, die man findet. Gerade auch die Ursachen sind häufig ähnliche Ursachen. Und ja, es ist ganz spannend, woher jetzt eigentlich die Begriffe kommen. Das kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht mal sagen, warum jetzt Neurodermitis ausdränglich Neurodermitis heißt. Aber ist da irgendein Neuroaspekt, hat das was mit Nerven zu tun? Eigentlich nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Ich würde eher sagen, weil die Patienten vielleicht so auffällig sind, weil sie sich eben jucken, weil sie sich unwohl fühlen und weil sie sich möglicherweise dann in ihren zurückziehen. Weil das unangenehme Hauterkrankungen sind. Gerade wenn man die im Gesicht hat oder ähnliches, dann ist das auch stigmatisierend für die Patienten. Okay, das hat sich halt irgendjemand mal ausgedacht. Ist okay. Muss ja nicht jeder Begriff so scharf sein wie die Messer in meiner Küche. Vielleicht noch ganz kurz zur Definition. Würdest du sagen, dass Eczeme ist so eine akute Form und die anderen beiden Dinge, also Neurodermitis und Schubpflicht ist dann so die chronifizierte Form irgendwo, dass das dann so ein Übergang irgendwann mal werden kann oder wird? Man kann das so ausdrücken, aber wie gesagt, Eczeme im medizinischen Sinne ist erstmal alles, was irgendwie so eine trockene Hautstelle ist. Ja, aber so eine Neurodermitis und eine Schubpflicht, die kommt ja auch nicht über Nacht, oder? Nein, genau. Das sind chronische Erkrankungen, die können konstant die ganze Zeit da sein, die können aber auch in Schüben auftreten, dass sie auch mal vielleicht für mehrere Monate bis Jahre auch weg sind und dann kann es aber wieder auftreten. Und du hattest ja auch noch vorhin gefragt, warum das eben auch Kinder haben. Wie gesagt, das kann in jedem Alter prinzipiell auftreten. Ich habe ja schon unterstellt, der Lebensstil ist möglicherweise auch von vielleicht der Mutter in der Schwangerschaft da nicht der Beste gewesen, dass sowas zum Beispiel dann auch mit auftritt, eine Eczemneigung. Es gibt aber auch eine genetische Komponente. Gerade bei der Schuppenflechte wissen wir, dass es neun Gene gibt, die da eine Rolle spielen. Und wenn man in der Familie, wenn ein Elternteil Schuppenflechte hat, dann habe ich bereits bis zu 25 Prozent eben ein Risiko für das Kind, dass es das auch bekommt. Also die Gene spielen eine Rolle, aber das Gute ist, es ist kein unaufsweichliches Schicksal, sondern es gibt ja auch noch die Epigenetik, wo wir die Gene an- oder abschalten können. Wir sind ja alle mit so einer Art Hardware quasi ausgestattet. Ich sage mal, das sind jetzt so vereinfacht gesagt die Gene. Aber die Software, die ich dann drauf spiele, auf den Computer sozusagen, auf unseren menschlichen Körper, wie ich mich verhalte, was ich für Umwelteinflüssen ausgeliefert bin, das habe ich dann eben doch in der Hand. In den letzten zehn Jahren konnte er auf derselben Hardware Windows oder macOS laufen. Also komplett verschiedene Dinge, sage ich jetzt mal. Oder man könnte ja noch was völlig anderes da drauf laufen lassen von mir aus. Ja, da weise ich auf den Podcast mit Manuel Burzler hin, Epigenetik Coach und so weiter. Da sprechen wir darüber. Und ich habe schon mal, das weiß ich jetzt mal nicht mehr, wie der heißt, schon vor Jahren mal ein Interview zum Thema Epigenetik gemacht mit einem Wissenschaftsautor. Das war auch sehr, sehr spannend. Ja, also das heißt, wir haben, das Leben macht es uns nicht leicht. Wir sagen, ah ja, zwischen 20 und 30, da kriegen viele Leute das. Na klar, die essen immer Chips und Pizza und trinken und rauchen oder was weiß ich. Und dann sind sie es halt selber schuld. Und das liegt halt an deren Lebensstil. Aber dann gibt es die Zweijährigen, die haben das auch. Ja, dann ist es die Mutter, aber dann hat die Mutter vielleicht doch nur irgendwie Demeter gegessen. Und dann liegt es vielleicht an der Genetik oder so. Das ist immer eine Gemengenlage und es ist immer komplex. Und immer irgendwie auf irgendwas zu zeigen, greift dann meistens zu kurz. Aber wir wollen dann natürlich trotzdem im späteren Verlauf wirklich die Dinge so ein bisschen einzeln auch mal ansprechen, was da überhaupt so die Faktoren sind, die da reinspielen. Das ist nicht immer das eine Ding, sondern das ist einfach, wie gesagt, eine Gemengenlage. Da kommen viele Dinge zusammen. Aber lass uns mal, bevor wir da reingehen, mal kurz so sagen, was macht denn die Schulmedizin eigentlich mit dem Thema? Ja, die Schulmedizin vermittelt den Patienten häufig eher, dass es eine reine Hauterkrankung ist und dass es nicht so schlimm sei und dass man da einfach eine Salbe drauf schmiert. Also man behandelt es prima mit Externa, also mit Salben, Cremes, Notionen. Damit kommen die meisten Patienten hin. Es gibt, früher wurde fast ausschließlich mit Cortison therapiert. Auch ich habe damals viel Cortison, Salben bekommen. Es gibt mittlerweile noch... Also hattest du das auch? Genau, also so bin ich eigentlich zur Ernährungsmedizin und Mikronährstoffmedizin überhaupt gekommen, weil ich eine Schuppenflechte habe und zwar auch seit der Kindheit. Und da so ein bisschen meine Leidensgeschichte quasi. Kannst du gerne mal erzählen. Ich frage fast immer, wie bist du zu dem Thema gekommen? Das habe ich jetzt heute mal nicht gemacht. Ja, das hätte gut gepasst. Ja, kannst du gerne noch nachliefern. Ja, wunderbar. Dann mache ich das. Ich habe seit meiner Jugend, Kindesalter, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich weiß, dass es so anfing, dass man irgendwie in den Ohren so leichte Schuppen hatte, hinter den Ohren und dann eben auf der Kopfhaut. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich bei so einem uralten Hautarzt war und der hat mir mit einem scharfen Löffel die Schuppen von der Kopfhaut gekratzt. Und ich weiß, dass ich da geweint und geschrien habe. Wie alt ich da war, weiß ich nicht mehr. Das war auf jeden Fall eine traumatisierende Erfahrung. Danach wurde das überwiegend teilweise von meinem Kinderarzt, teilweise von einem Hautarzt behandelt mit so Cortison-Cremes. Die habe ich dann immer wieder drauf geschmiert. Es gibt ja verschiedene Arten von Schuppenflechte. Und ich hatte oder ich habe eine Art, die ist am ganzen Körper verteilt. Das heißt, die ist jetzt nicht nur an den Streckseiten am Unterarm, sondern die ist überall so ein bisschen eher so Pustel-mäßig. Viele haben eher so größere Plugs an bestimmten Stellen. Bei mir war es, wie gesagt, verteilt. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wenn ich das eincreme, dann creme ich hier mal, dann creme ich da mal. Also das heißt, ich war den ganzen Tag mit Creme beschäftigt. Die Salben haben dann geholfen. Das ging dann immer wieder weg. Und während der Studentenzeit wurde das Ganze dann schlimmer tatsächlich, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, dass da mein Lebensstil nicht gerade der Beste war. Ich habe mich da eigentlich nur von Fertiggerichten ernährt, konnte nicht kochen. Mein Lieblingsgericht war immer, also du das kennst, dieser Kartoffelbrei, der aus Pulver besteht, mit Röstzwiebeln, dem man nur mit Wasser aufgießt. Das war eigentlich so mein tägliches Essen. Also so fancy Sachen gab es bei mir noch nicht. Ich bin da doch, glaube ich, ein bisschen älter als du. Bei mir gab es Ravioli aus der Dose, Pizza, Pizza Express und was weiß ich, was alles. Ja, okay. Also Pizza, Kuchen, Schokolade noch und nöcher. Also ich habe auch als Kind viel Zitronenbrause immer getrunken. Wasser mochte ich nicht. Also im Nachhinein weiß ich schon tatsächlich, woher das alles kam. Aber auch mein Vater hat Schuppenflechte. Also auch da habe ich definitiv die genetische Prädisposition, also das genetische Risiko. Und ja, so ging das dann. Während des Studiums kannst du dir natürlich vorstellen, junge Frau, die irgendwie gerne auch mal, was weiß ich, eine kurze Hose anziehen möchte. Dann hatte man immer diese Schuppenflechte-Plax. Das war schon sehr, sehr nervig und einschränkend. Tatsächlich, ich habe dann teilweise, weil die normalen Cremes nicht mehr geholfen haben, mit Teersalben mich eingecremt. Auch das ist als junge Frau nicht sonderlich schön. Man stinkt dann schön nach Teer. Ja, das hat mich schon sehr, sehr eingeschränkt. Oh, holle. Lange Hosen getragen, auch irgendwie beim Sport, lange Oberteile, weil das eben sehr unschön war. Schuppen die Haut juckt. Und bis ich dann auch in meiner Assistenzarztzeit im Krankenhaus wurde es auch noch mal schlimmer. Die Nachtdienste, Schlafmangel, Stress ohne Ende. Und dann meinte mein Hautarzt, weil ich war echt verzweifelt. Ich habe ihn gefragt, was kann ich denn noch tun? Und dann meinte er, ja, ist doch ganz einfach. Es gibt eine neue Tablette, Fumarsäure-Estan. Wird auch in der Therapie der Multiple Sklerose eingesetzt. Und das könnte ich einfach einnehmen, die Tablette. Und dann wäre alles gut. Dann könnte ich wieder eine duftende Bodylotion nehmen, weil das konnte ich ja alles nicht. Ich musste ja Urea salben und Thea salben. Also eigentlich hat man nicht diese schönen, duftenden Kosmetika benutzen können. Und der Hautarzt hat dann gesagt, das ist kein Problem. Nehmen Sie das und dann ist alles gut. Und ich dachte, ja, cool. Ich nehme einfach eine Tablette und alle meine Probleme sind beseitigt. Und ich habe das auch getan. Habe dann diese Tablette genommen. Und in der Aufbesierungsphase musste ich schon abbrechen, weil ich so heftige Nebenwirkungen hatte. War sogar im Krankenhaus wegen heftigsten Bauchbeschwerden. Und ich wollte es so gerne. Bin dann wieder zu ihm hin und habe gesagt, ich habe es nicht vertragen. Was kann ich jetzt machen? Und er meinte, okay, die nächste Stufe ist Methotrexat. Das ist wirklich schon ein Medikament, was auch in der Rheumatherapie eingesetzt wird. Das unterdrückt das Immunsystem. Autoimmunerkrankung unterdrückt das Immunsystem. Und ich habe gesagt, ich möchte noch mal Kinder haben. Das geht nicht. Das kann man damit gar nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt Anfang 20. Also das geht so nicht. Dann habe ich ihn gefragt, was kann ich denn noch tun? Ich habe irgendwas gelesen mit Ernährung, Omega-3, Vitamin D. Und da guckte er mich an und meinte, Frau Lose, sie können gar nichts tun. Da gibt es keine Evidenz für. Und das ist eben eine Aussage, die wir Mediziner, und mich da eingeschlossen, immer ganz gerne benutzen. Und es gibt keine Evidenz für. Und so bin ich nach Hause. Und wir waren verblieben nach dem Motto, ich soll mir das überlegen mit dem Methotrexat. Und wenn ich das Rezept haben will, kann ich es mir einfach rausholen. So waren wir verblieben. Ich war seitdem nicht wieder dort. Ich schätze ihn als Kollegen sehr. Sicherlich fachlich sehr, sehr gut. Aber ich hätte mir damals eben gewünscht, dass er mir sagt, Frau Lose, wie ernähren Sie sich denn? Was kann man denn da verbessern? Was ist mit Vitamin D, Omega-3? Die Studienlage ist fantastisch. Dafür gibt es definitiv Evidenz. Ich hätte mir gewünscht, dass er zumindest dann sagt, ich kenne mich da nicht aus. Informieren Sie sich mal selber oder gehen Sie zu dem und dem Kollegen, der sich auskennt. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass er sagt, Mensch, Sie sind da nachdienst tätig, ständig Schichtdienstwechsel. Und der Stress, den Sie haben in der Notaufnahme, in der inneren Medizin, wollen Sie nicht mal was anderes machen, so ungefähr? Also ich hätte mir gewünscht, dass er mich ein bisschen mehr beraten hätte. Und so fing das dann an, dass ich selber mich belesen habe, zur entsprechenden Fortbildung gegangen bin und mich dann eben auf meine Schwerpunkte spezialisiert habe, durch meine eigene Krankheitsgeschichte tatsächlich. Okay, super. Ja, also wo die Schulmedizin aufhört, das ist ja hinlänglich bekannt, finde ich aber einen super Punkt. Dann soll er bitte doch zugeben, wo er sich nicht auskennt. Also dann einfach Schnauze halten. Das finde ich generell ein ganz guter Tipp, wenn ich jetzt hier mal so einen Tipp irgendwie in die Runde werfen darf. Ich habe es bisher von mir, irgendetwas über den Ukraine-Krieg zu sagen. Aber auch da, wenn man sich nicht damit beschäftigt, Schnauze halten und nicht einfach nachplappern, was in den Medien irgendwie da rüberkommt und so weiter. Das betrifft das doch irgendwo alles. Ich meine, klar kann nicht jeder der unfassbare Experte sein und ab welchem Punkt darf man mitreden und nicht. Aber wenn man sagt, okay, ich weiß nichts über die... Also er weiß ja wahrscheinlich wirklich nichts darüber. Oder hat irgendwie nur im Ärzte-Magazin steht dann alles Quatsch, wieder entlarvt, Vitamin D spielt keine Rolle und so weiter. Und nur, weiß ich nicht, das neue Hypotrexarotoplaxan ist jetzt die Lösung für alles. Ist ja klar. Dann kann man doch sagen, okay, ich weiß nicht, meine Informationen sind rein aus der pharmazeutischen Industrie gespeist und finanziert. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Da müssen Sie sich jemand anders suchen. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, gut. Genug damit. Sorry, ich musste mal kurz was. Nee, alles gut. Also die Schulmedizin therapiert primär mit Salben oder dann eben, wenn das nicht mehr geht, tatsächlich mit Tabletten. Und da sind primär das Immunsystem unterdrückende Tabletten. Und dann ist wieder die Frage, wir wollen ja irgendwie eigentlich Ursachenmedizin machen. Und ich kann ja nicht sagen, weil das Immunsystem verrückt spielt. Das ist ja eine Fehlsteuerung bei einer Autoimmunerkrankung. Eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich gebe jetzt unterdrückende Medikamente. Das ist ja irgendwie nicht die Lösung. Sondern ich müsste mich eher fragen, warum spielt das Immunsystem verrückt? Ja, ganz klar. Und das ist ja kein Spaß. Also Immunsuppressiva geben ist ja jetzt nicht irgendwie so ein bisschen, man ist irgendeine Fettcreme verabreichen. Das ist ja schon ein massiver Eingriff in die Balance des Systems. Das ist massiv. Das ist genauso wie, weiß ich nicht, Zyprofloxacin verschreiben oder so. Solche Sachen, die halt wirklich sehr, sehr schädigend sind. Oder eine Hormontherapie. Das sind krasse Mittel. Da muss man genau wissen, was man macht. Und das muss einen Grund haben. Da kann man nicht einfach so irgendwie wegen einer Erkältung. Ich habe jetzt gerade jemand aus meiner Hörerschaft interviewt, eine junge Dame, die hat einfach wegen einem Schnupfen Zyprofloxacin bekommen. War dann jahrelang irgendwie weg vom Fenster. Das sind Kunstfehler. Da kann man nicht einfach so den ganzen Menschen nicht betrachten und dann so stark ins System eingreifen und da quasi das ganze Immunsystem flachlegen. Das führt ja dann zu was auch noch. In der Medizin. Aber es ist eben so ein bisschen auch dem System leider geschuldet, in dem wir Ärzte zumindest in der Kassenmedizin gefangen sind, dass wenn du natürlich jetzt zum Beispiel einen Harnbecksinfekt hast, also eine Blasenentzündung, wo wir genau wissen, dass die pflanzliche Therapie ebenbürtig ist mit einer Antibiotikatherapie. Das wissen wir ja in Studien, das ist belegt. Aber wenn ich der Dame jetzt erzähle, nach dem Motto, sie können vermehrt Flüssigkeit zu sich nehmen, sie können das Pflanzliche nehmen, worauf sie alles achten muss oder ich schiebe ihr einfach ein Rezept von Antibiotikum rüber. Ich spare eben enorm viel Zeit. Und wir werden ja eben auch nach Patienten bezahlt. Es ist leider ein gruseliges System, wo viele Kollegen gefangen sind, aber du hast bekommen recht, sie wissen eben auch gar nicht, was sie mit Antibiotika oder vielen anderen, auch Schmerzwitteln und so weiter, tatsächlich den Patienten antun. Aber es ist häufig, will der Patient eine Tablette haben, statt Lebensstilmaßnahmen aufgeklärt, über Lebensstilmaßnahmen aufgeklärt zu werden. Ich fand das ja auch gut. Tablette, die hilft gegen alles. Super. Ja, hat ja auch super funktioniert. Ja, ist klar, solange es noch Leute gibt, die da nach der Aspirin fragen oder bitte sagen, dass ich nichts machen muss, nur eine Tablette nehmen, solange es die Leute gibt, wird es das ganze System immer so weitergeben und so weiter. Also es kommt von unten und von oben, dass es so ist, wie es ist, die Dinge. Und da stehen wir natürlich jeder eine Einzelne für sich immer in der Verantwortung. Aber gut, wollen Sie nicht zu politisch werden? Eine konkrete Frage, die mich interessiert, wieso hilft denn dann, wenn ich eine Autoimmunkrankheit habe, Autoimmunkrankheit habe, wieso hilft denn dann eine Salbe eigentlich? Du hast gesagt, die Salben helfen. Wieso? Ja, die Salben unterdrücken eigentlich nur das äußere Erscheinungsbild. Das ist ja eine Entzündung, die da stattfindet auf Hautebene und Kortison ist entzündungshemmend und macht das äußere Erscheinungsbild. Also das, was ich sehe, ist ja eine gestörte Funktion der Hautzellen. Da gibt es die obere Hautschicht, das sind dann die Hornzellen und die sind durch diese Autoimmunerkrankung, sind die fehlgesteuert und die teilen sich sozusagen viel, viel häufiger. Dadurch bildet sich oben so eine Schuppenschicht. Normalerweise unsere Haut, die bildet sich immer wieder neu, das wissen wir, aber bei der Schuppenflechte ist das 10 bis 20 Mal häufiger oder schneller besser gesagt und dadurch hat man so einen Schuppenpanzer obendrauf. Und wenn ich eben gewisse Cremes nehme, dann kann ich den Schuppenpanzer auflösen und ich kann durch das Kortison oberflächlich die Entzündung auch lindern. Ja, darunter habe ich den Entzündungsherd, obendrauf bilden sich diese Schuppen. Und ich mache aber eigentlich nur was Äußeres sozusagen. Ich lindere das äußere Erscheinungsbild. Und dadurch, dass sehr viele Ärzte und viele Patienten einfach davon ausgehen, es ist nur eine Hauterkrankung mit einem Eczem, mit einer trockenen Hautstelle, die schuppig ist, dann nehme ich etwas und weiche die Schuppen auf. Aber ich frage mich nicht, warum der Körper das eigentlich macht. Und es funktioniert aber nur, solange ich creme. Ja, okay. Ich habe als Kind, glaube ich, das war nur so Fettcreme. Das wurde irgendwie, die Apotheker musste das so anmischen. Ich meine, vielleicht war da noch irgendwas anderes drin. Ich weiß es nicht. Hieß immer Fettcreme, glaube ich, hieß das. Naja, aber klar, gut. Man nimmt das, ja, man weicht es auf, dann wird es ein bisschen besser und so. Und letzten Endes, wenn man dann Heilerfolg hat, dann liegt es wahrscheinlich an anderen Umständen. Dann hat man das so lange gemacht, bis die anderen Umstände sich geändert haben oder der Körper ist einfach alleine und wie hinbekommen hat. Aber ja, gut. Ich würde sagen, schöner Punkt, die Episode zum Tertal. Dann können wir nämlich nahtlos weitermachen in Teil 2 mit, was sind denn wirklich die Ursachen und dann so ein bisschen dann, ja, da in die Details gehen. Da freue ich mich schon drauf. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Konstanze. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Gespräch mit Dr. Konstanze Lohse. Hallo, Konstanze. Hallo. Da habe ich mich fast verstolpert bei deinem Vornamen. Ja, wir sprechen über Schuppenflechte, Psoriasis, ein bisschen Neurodermitis, überhaupt Haut generell, Hautkrankheiten und natürlich den ganzen Menschen, der da drum herum hängt oder da drin steckt. Wo würdest du denn jetzt mal so die Ursachen eigentlich verorten? Das ist ja sicherlich ein bisschen komplexeres Bild. Lass mal irgendwo anfangen, wo du möchtest. Ja, also letztendlich sind es verschiedene Ursachen. In der Medizin sagen wir multifaktoriell, das heißt viele Faktoren, die letztendlich zur Krankheitsentstehung dann führen. Ich hatte ja schon gesagt, die Genetik spielt zum einen eine Rolle. Es gibt also wie so eine Art genetische Prädisposition, also Vorprägung, wo ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit habe, dass ich das dann auch bekomme. Gerade wenn eben ein Elternteil betroffen ist, dann eben bis zu 25 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann auch bekomme. Und das ist eben ein Punkt. Es gibt aber viele weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen können es potenziell Infektionen sein tatsächlich, die Auslöser sein können. Vor allem bestimmte Bakterieninfektionen, Streptokokkeninfektionen, die man vielleicht auch mal als Kind oder so durchgemacht hat. Und danach kann letztendlich das Immunsystem so irritiert sein, weil der Erreger ähnlich aussah sozusagen. Und gegen den hat sich das körpereigene Immunsystem dann gerichtet, wie die Hautzellen. Das heißt, es wird verwechselt. Es kommt zu einer Verwechslung vom Immunsystem, dass es sagt, okay, ich wollte eigentlich die Bakterien oder den Virus bekämpfen. Aber das sieht irgendwie ähnlich aus wie Hautzellen zum Beispiel. Und deswegen richte ich mich dagegen. Man spricht also von dem molekularen Mimicry. Also das heißt, es sieht ähnlich aus. Es wird verwechselt mit einer körpereigenen Struktur. Und dann richtet sich das Immunsystem gegen diese körpereigene Struktur. So wie Spike-Protein. So ungefähr. Und aber auch, wir wissen bei der Schuppenflechte, auch gewisse Hauttraumata, sei es zum Beispiel mal ein Sonnenbrand. Auch sowas kann tatsächlich ein Eczem, eine trockene Hautstelle, beziehungsweise dann auch eine Schuppenflechte auslösen. Es gibt da in der Medizin, heißt es das Köpner-Phänomen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich die ganze Zeit jetzt hier kratze, am Unterarm, dann ist es möglich, dass nach wenigen Tagen tatsächlich da ein Schuppenflechte-Plug auftritt. Gerade wenn ich diese genetische Wahrscheinlichkeit habe, mit der das dann auftreten kann. Das heißt, wenn ich irgendwie bestimmte Hautverletzungen habe, kann sich darauf ein Plug bilden, weil die Haut dann irritiert ist. Es gibt aber eben viele, viele Faktoren, die dann noch mit eine Rolle spielen. Auch viele Umweltfaktoren. Wenn ich zum Beispiel rauche, ist ja klar, dass es irgendwie nicht gut ist, aber das kann eben auch dazu führen, dass eine Schuppenflechte, eine Autoimmunerkrankung mit auftritt. Aber auch wenn ich jetzt neben einem Kraftwerk wohne, auch das sind alles, oder Abgase etc., viele potenzielle Sachen. Oder wenn ich jetzt mich nur noch von Thunfisch ernähre, eine Quecksilbervergiftung kriege, auch das sind Umweltfaktoren. Dann spielt die Ernährung eine große, große Rolle. Da gibt es gewisse Stoffe in der Ernährung oder gewisse Lebensmittel, die klassischerweise zu stillen Entzündungen führen im Körper. Silent Inflammation, oxidativer Stress. Um jetzt nochmal Beispiele zu nennen, da spielt eben Zucker eine ganz große Rolle. Da spielt Alkohol eine große Rolle. Weizen spielt eine große Rolle. Aber auch mal Nachtscherpengewächse und Ähnliches. Da gibt es also viele, viele Faktoren, die da tatsächlich in der Ernährung Entzündungen auslösen, die dann wiederum in der Autoimmunerkrankung mit münden können. Und dann auch, wenn ich einen Mangel habe an gewissen Nährstoffen, man muss sich das ja so vorstellen, die Autoimmunerkrankung, das ist wie so ein Fass, was irgendwann überläuft. Und da gibt es eben einen Tropfen, der bringt das Fass zum Überlaufen. Aber es sind eben verschiedene Dinge, die haben das Fass gefüllt. Da ist es zum Beispiel das Rauchen, da ist es zum Beispiel die zuckerreiche Ernährung. Oder wie bei mir in der Studentenzeit, es war Zucker, es war viel Alkohol, Tequila bei den Studentenpartys. Es war natürlich wenig Schlaf, nächtelang durchgefeiert. Stress, Schlaf spielt eine riesengroße Rolle auch mit. Und irgendwann ist das Fass einfach übergelaufen. Und dann kommt einfach nur als Ausdruck, da ist jetzt ein sichtbarer Plagg sozusagen, ein Schuppenflechte-Plagg, so äußert sich dann die Erkrankung. Aber dem Ganzen gehen ja mehrere Monate bis Jahre und Jahrzehnte teilweise voraus, indem sich das Fass füllt. Und was dann letztendlich dieses Fass zum Überlaufen gebracht ist, ob es in dem Moment dann die Infektion war, die ich noch hatte, oder eben auch Medikamente können Schuppenflechte auslösen. Die Gabe von Antibiotika, die Gabe von Beta-Blockern zum Beispiel, die ja eben auch in der Medizin viel eingesetzt werden, bei Herzrhythmusstörungen oder bei Bluthochdruck. Da weiß man einfach, sowas kann eine Schuppenflechte auslösen, sodass ganz viele Faktoren da eine Rolle spielen und man nicht dann mehr sagen kann, das eine war es. Also ich kann zum einen Teil sagen, die Zitronenpause in der Kindheit immer, immer wieder und generell die sehr zuckerreiche Ernährung haben definitiv eine Rolle gespielt. Und im Studium kam dann eben Alkohol, Stress, Schlaf, Defizit und so weiter noch hinzu und eben die massiven Fertiggerichte, weil ich nicht kochen konnte, die ich dann konsumiert habe. Und das ist dann eben auch ein Teufelskreislauf. Das heißt, ich ernähre mich von nährstofflosen Kalorien und wo soll es dann herkommen? Dann habe ich kein Omega-3, wenn ich dann auch noch nicht in die Sonne gehe und so weiter, kriege ich auch kein Vitamin D. Oder ich hatte dann mich eben langärmlich bekleidet, weil die Haut ja sowieso unschön aussah. Das sind alles so Faktoren, wenn ich mich eben ungünstig ernähre, dann kriege ich wenig Nährstoffe und wir brauchen eben, damit unser ganzer Körper funktioniert, brauche ich eben Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe etc. Und wenn irgendwo da was fehlt, dann ist es eben auch der nächste Schritt, dass irgendwo was im Körper nicht gut läuft. Zum Beispiel das Fehlsteuerung des Immunsystems. Und wenn ich dann noch vermehrt Stress habe, dann habe ich auch einen erhöhten Nährstoffverbrauch. Also das ist wirklich wie so ein Teufelskreislauf. Die Ernährung ist dann schlecht. Da ist nichts mehr drin. Da sind möglicherweise auch Pestizide mit dabei, Konservierungsstoffe oder eben auch Antibiotika-Rückstände. Und auf der anderen Seite komme ich immer mehr in diesen Nährstoffmangel rein, habe aber auch durch den Stress, den ich auch noch habe, einen erhöhten Nährstoffverbrauch. Und somit ist es wirklich so ein Teufelskreislauf. Und spielen, wie gesagt, ganz verschiedene Faktoren da eine Rolle. Es ist multifaktoriell. Okay. Also hast du viele Sachen gesagt. Das ist aber so ein bisschen wie so eine Abwärtsspirale dann auch. Kann man reinkommen. War ja dann bei dir jetzt zum Beispiel im Sinne von, oh, jetzt sieht meine Haut schlecht aus. Ich bin eine junge, hübsche Frau, aber das ist unattraktiv. Deswegen bedecke ich mich jetzt. Wenn du schon Vitamin-D-Mangel hast, sage ich jetzt mal, als ein kleiner Baustein, dann hast du noch mehr Vitamin-D-Mangel danach. Weil du jetzt machst vielleicht auch nicht mehr so viel Sport. Irgendwann, wenn du überhaupt Mikronährstoffmangel hast, irgendwann sackt die Energie so ein bisschen. Dann macht man weniger Sport. Dann hängen die Neurotransmitter so ein bisschen durch. Dann neigt man vielleicht eher dazu, ein bisschen noch zur Zigarette oder zum Alkohol zu greifen und so weiter und so fort. Naja, und der Stressfaktor erhöht sich eben auch noch, weil man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Deswegen, man hat so einen Schuppenpanzer. Es gibt so viele Wortspiele, die das auch immer ganz gut ausdrücken, wie man sich fühlt. Und wenn du eben dann da sitzt in der Vorlesung und dir der Kopf juckt und du dich kratzt oder die Unterarme. Und das ist ja auch ein bisschen sozial isolierend, das, was man macht. Also das, was es mit einem macht. Und das wiederum ist nicht gut für die Psyche. Und wir wissen ja auch, dass die Haut auch bei allen Hauterkrankungen auch der Spiegel der Seele ist tatsächlich. Und das heißt, das verstärkt sich dann auch noch. Das ist ein Teufelskreislauf, auch bei Neurodermitis. Wir wissen ja auch, wie das ist, wenn neben einem jemand sitzt, der sich juckt. Auch wenn das nicht ansteckende Hauterkrankungen. Ja, aber trotzdem, wir wissen, wie das auf einen wirkt. Erstens mal fängt man selber an, irgendwann sich zu jucken automatisch. Und dann denkt man, oh Gott, was hat der jetzt? Also man ist schon... Könnte auch Kretze sein. Genau, es könnte auch Skabis sein, Kretze, genau. Also das ist wirklich... Man zieht sich dann eben häufig auch zurück in seinen Schuppenpanzer. Und es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Okay, über die Psyche würde ich gerne am Ende noch mit dir sprechen. Was da noch los ist, sozusagen. Du hast jetzt so viele Dinge angesprochen. Ich überlege gerade, inwiefern wir da wirklich auf alles eingehen können. Aber du bist ja so durchgeflogen, dass ich schon... Ich würde dem gerne mehr Raum geben. Aber wenn wir dem richtig Raum geben, dann sind wir noch vier Stunden daran. Und so viel Zeit hast du nicht. Oder vielleicht... Frag mal andersrum an. Wenn du jetzt jemanden... Wenn jetzt jemand zu dir kommt und der hat massive Neurodermitis oder Schuppenflechte, wo würdest du da anfangen? Ich denke, ich gehe reif mal voraus, du wirst wahrscheinlich erst mal eine Anamnese machen und dem erst mal zuhören, wie er so sein Leben lebt. Und dann kann man natürlich auf ganz viele Dinge hinweisen. Und da sprechen wir dann vielleicht noch drüber. Aber wenn jetzt zum Beispiel... Du hast von Silent Inflammation gesprochen. Also gäbe es jetzt zum Beispiel... Da fängt man da erst mal... Also abgesehen von der Anamnese, die kommt natürlich sofort am Anfang, aber dass man sagt, okay, ich höre hier, du machst so und so. Lass erst mal ein paar bestimmte Blutwerte nehmen, zum Beispiel. Also das kommt drauf an. Das kann man machen. Also du hast vollkommen richtig gesagt, Anamnese, körperliche Untersuchung, das sind so Sachen, die sollten bei jedem Arzt, jedem Therapeuten in irgendeiner Form selbstverständlich sein. Und vor allem, dass man eben auch mal bei der Anamnese nicht nur fragt, wo juckt es gerade so ungefähr oder wo tut es gerade weh, sondern dass man vielleicht wirklich mal fragt, gab es irgendwie Antibiotika in der Kindheit, in den letzten Jahren? Seit wann fing das konkret an? Ist da jemand zum Beispiel gestorben? Gab es irgendeine Situation? Haben sich die Eltern getrennt? Also auch sowas. Man muss eben wirklich ganzheitliche, eine ganzheitliche Anamnese erheben, um wirklich dahinter zu kommen. Ist man als Kind gestillt worden? Massenkaiserschein? Das sind alles Sachen, die spielen schon eine Rolle. Auch gerade, was ich vorhin noch nicht gesagt habe, dass der Darm natürlich auch eine ganz große Rolle bei der Entstehung der Schuppenflechte hat. Auch da würde ich eben darauf achten. Das heißt, ich habe eine ganzheitliche Anamnese, ich habe die Untersuchung und ich mache auch mal standardmäßig in der ganzheitlichen Sprechstunde bei mir ein Ernährungsprotokoll, was ich mal ausfüllen lasse für sieben Tage, um erst mal so eine Idee zu kriegen. Und dann kommt es wirklich darauf an, was möchte der Patient? Ich bin natürlich am liebsten, handelte ich nach dem Prinzip Messen, Wissen, Handeln. Das ist das Schönste. Aber da die Laboranalysen eben auch Geld kosten, in der Regel zumindest die, die was bringen. Ich meine, ein klassisches Blutbild und so weiter, das kann man sicherlich hausärztlich abdecken, Leberwerte, Nierenwerte, aber das bringt mich häufig in der Hinsicht nicht weiter. Bei den Patienten mit Schuppenflechte, generell mit Hauterkrankungen, möchte ich eben zum Beispiel wissen, wie ist das hochsensitive CRP, zum Beispiel, was ein Marker ist für stille Entzündungen, zum Beispiel. Ich möchte wissen, wie hoch ist der Omega-3-Index? Ich möchte eben auch die Vitamine, Nährstoffe wie Vitamin D und Zink zum Beispiel auch messen, vielleicht auch Vitamin E, Vitamin A, das sind alles so Sachen. Also eine Variante ist es zu messen oder auch eine Mikrobiomanalyse zu machen, habe ich gerade erst vor zwei Wochen bei einer Patientin, die schon seit Jahren, auch seit der Kindheit, Schuppenflechte hat gemacht und die hatte so wahnsinnig schlechte Befunde. Also da ist überhaupt kein Wunder, dass die Haut so schlecht war. Da waren quasi fast alle wichtigen Bakterien, waren einfach nicht vorhanden. Und die hatte eben in der Vergangenheit sehr, sehr viele Antibiotika-Behandlungen. Und das heißt, ich versuche immer, ich bin so eine blaue Persönlichkeit, ich versuche mich da immer so ein bisschen zu strukturieren. Das heißt, für mich ist ein Kapitel die Ernährung. Ich mache eine Ernährungsanalyse, gucke mir das Ernährungsprotokoll an und dann machen wir anti-entzündliche Ernährung und was man speziell bei Schuppenflechte tatsächlich weglassen sollte oder was man speziell essen sollte. Dann ist für mich das Thema Mikronährstoffe. Mikronährstoffe bin ich immer großer Fan von Blutanalysen oder je nachdem, sowas wie Jod, misst man zum Beispiel Urin, also dann auf jeden Fall Laboranalysen und dann zu gucken, was fehlt. Wenn das nicht möglich ist, nicht gewollt ist, wie auch immer, dann gibt es natürlich gewisse Mikronährstoffe wie Vitamin D, Omega-3 und Zink. Die sind für mich bei der Schuppenflechte gesetzt. Das heißt, da kann ich auch auf gut Glück therapieren. Gut Glück heißt, ich gebe eine Standarddosierung. Schöner ist immer, finde ich, zu messen, weil dann kann ich gerade beim Vitamin D auch höher dosiert rangehen. Dann ist für mich natürlich insgesamt der große Aspekt Lifestyle, den ich nochmal unterteilen würde in Bewegung. Bewegt sich der Mensch, ist ja mal draußen an der frischen Luft, macht der vielleicht auch Extremsport und schwitzt die ganze Zeit, was vielleicht auch schwierig ist, was eine zu extreme Belastung für die Haut dann wäre. Das muss ich auch fragen und schauen und diesbezüglich beraten. Was ist mit Stress? Ist derjenige gestresst? Auch da kann man ja heutzutage das Objektivieren, zum Beispiel durch so eine VNS-Analyse, wo man die Herzfrequenz Variabilität analysiert und guckt, wie kann der Patient zwischen dem Sympathikus, dem Stressnerv und dem Parasympathikus, dem Spannungsnerv hin und her switchen. Wie gut ist das? Das kann ich eben auch analysieren oder ich frage einfach. VNS, normalerweise heißt das HRV, also so kenne ich das. Genau, es gibt verschiedene Messsysteme, vegetatives Nervensystem, VNS-Analyse, aber es ist die Herzfrequenz-Variabilität, also die Abstände zwischen den RR-Zaken im EKG sozusagen, was man da misst. Und das heißt, ich habe Bewegung, Stress und aber auch Schlaf. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Das sollte ich auch, je nachdem, was ich für Möglichkeit habe, entweder frage ich den Patienten, ist er erholt oder es gibt auch heutzutage gute Tracking-Methoden, wie man den Schlaf auch tracken kann, ist er erholsam. Und dann ist nochmal das Thema, wir hatten ja gesagt, die Schulmedizin, die therapiert ja primär mit Cremes, mit Externa und so weiter. Und generell, was wir eben, gerade die Frauen, eben auch auf unsere Haut schmieren, uns ist ja gar nicht bewusst, dass das auch alles aufgenommen wird, dass das alles auch durchgeht und systemische Wirkung hat. Auch das ist, finde ich, wichtig, dass man einmal fragt, was machen Sie zur Hautpflege? Was nutzen Sie? Ist das jetzt der größte Chemiekonzern, den man sich da auf die Haut schmiert? Und dann würde ich eben gucken, dass man da, also weniger ist häufig mehr, aber das ist ganz, ganz schwierig für die Schuppenflechte-Patienten, weil die haben immer wieder das Gefühl, ich muss cremen, ich muss cremen. Zum einen, weil sie es so gewohnt sind vom Hautarzt, zum anderen, weil die Haut auch sich daran gewöhnt hat, immer wieder extern mit Feuchtigkeit und Fett versorgt zu werden. Und das ist so ein ganz, ganz sniffliger Punkt, da muss man sich so ein bisschen entwöhnen. Und dann guckt man, dass man da die Naturherkunde nochmal reinbringt, was jetzt quasi nochmal ein weiterer Baustein ist, meine weitere Schublade, aus der ich mich da bediene, wo man dann eben überlegen kann, was kann ich denn da vielleicht naturherkundlich noch mitmachen? Ja, also das ist ja, vielleicht ein kurzer Einwurf, ich habe heute noch darüber nachgedacht, ob bei den Hörern, ich mache das ja jetzt schon seit fünf Jahren, der Eindruck entsteht, dass ich so eine Casting-Agentur habe, wo nur Mediziner reinkommen, die mir alle nach dem Mund reden, sozusagen. Alles, was du sagst, ist natürlich das, was ich hier seit fünf Jahren auch natürlich sage und propagiere. Aber am Ende ist es halt immer wieder das Gleiche. Da kann man nichts drüber ändern, aber wenn man sich das spezielle Thema anschaut, wenn jemand sagt, ich habe Schuppenflächte, ja, das sind die ganzen Ebenen, auf denen man sich das anschauen muss. Jetzt habe ich den Faden verloren. Sie waren ja bei der Diagnostik, letztendlich. Also wie gesagt, das mache ich abhängig von den Patienten. Ich sage immer, das und das ist möglich. Man kann letztendlich, wie gesagt, Mikronährstoffe, Vitamine, Menereistoffe analysieren, wo auch der Omega-3-Index zum Beispiel für mich mit dazu gehört. Man kann den Darm analysieren, also Mikrobiom-Analysen machen, gucken, wie sind die Bakterien aufgestellt und man kann eben nochmal nach Stress, Schlaf, diese ganzen Sachen gucken, auch im Bewegungstagebuch, das sind alles Sachen, da würde ich ganzheitlich rangehen. Und was gerade auch bei Neurodermitis auch eine Rolle spielt, aber auch bei der Schuppenflechte, es gibt eben auch gewisse Allergien, Unverträglichkeiten, die möglicherweise da auch eine Rolle spielen. Auch da gibt es klassische Testverfahren. Das, was man so langläufig kennt, was der Hautarzt macht, da kommt meistens immer nicht so viel bei rum. Es gibt da in der Naturherkunde noch die EGG-4-Analysen, Allergien, die sind quasi immunkomplex vermittelt. Normalerweise, man kennt ja eine Allergie, ich bin allergisch gegen eine Wespe und dann habe ich sofort nach dem Wespenstich eine Reaktion. Und das habe ich bei diesen Typ-3-Allergien, da habe ich das sozusagen nicht. Es bilden sich Immunkomplexe, das heißt, ich kann die Symptome, Beschwerden erst mehrere Stunden bis Tage danach entwickeln oder ich kann auch unspezifische Beschwerden haben, Bemüdigkeit, wie so ein Schuppenflechte-Plug und so weiter. Das ist aber leider etwas, was nicht anerkannt wird von der normalen Schulmedizin, diese Art der Allergie. Und trotzdem ist das eben auch etwas, was ich empfehlen würde, das man testen sollte. In meinem Fall war das zum Beispiel damals, es waren wirklich gesunde Lebensmittel, wie zum Beispiel Leinsamen, auf die ich da in so einer Allergie reagiert habe. Und ich meine, normalerweise würde ich sagen, gerade bei Schuppenflechte und bei sämtlichen Hauterkrankungen, Omega-3 noch und nöcher, das heißt Leinöl, Leinsamen, soll wäre sozusagen das, was ich täglich essen würde. Aber wenn ich eben da so eine bestimmte Allergie habe, dann bringt das nichts. Dann ist es eben doch sehr individuell, wie ich da therapieren muss. Also auch das wäre Thema Diagnostik, wäre das eine Methode, das ist eine Blutanalyse, was man auch noch machen kann. Also ich biete das den Patienten immer an, sollen wir es machen, kann man aber auch dann im Schritt drei oder vier machen, wenn man mit den anderen normalen Methoden nicht weiterkommt. Und da ist immer die Frage, was habe ich für einen Patienten vor mir? Wie gut oder schlecht isst der mit seinen gesunden Lebensgewohnheiten sozusagen? Das hat mich gerade ein bisschen überrascht mit dem Omega-3, weil du hast jetzt nur von ALA gesprochen und wir brauchen ja eine Wirklichkeit EPA und DHA. Absolut. So viel Leinsamen kann ja kein Mensch essen. Nein, nein, nein. Ich meinte jetzt auch gerade nur in meinem Fall war das jetzt was, was ich normalerweise jedem empfehlen würde, das Beispiel in deinem Frühstück mit zu integrieren. Aber ich hatte in meinem speziellen Fall da eine Allergie drauf, obwohl es ein an sich gesundes Lebensmittel ist. Mit Omega-3, das ist vollkommen klar und da gehe ich davon aus, dass wir uns da alle einig sind und dass das deine Zuhörer auch wissen, dass die Alpha-Liolen-Säure keinesfalls ausreicht. Gerade bei der Schuppenflechte brauchen wir eben die Eicosapenta-Ensäure, das heißt EPA, was entzündungshemmend primär wirkt. Die stärkste Omega-3-Fettsäure, die quasi entzündungshemmend wirkt und auch DHA ist wichtig, die Doku-Hexa-Ensäure, das ist vollkommen richtig und die letzten beiden Sachen findet man eben nur in maritimen Lebensmitteln, das heißt Fisch und Algen. Also das ersetzt es niemals, aber wir reden eben bei einem Schuppenflechten-Patienten auch nicht mehr nur von Ernährung, sondern in dem Fall, der braucht tatsächlich Omega-3 als Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich. Ja, meiner Meinung nach braucht das jeder und zwar in guter Qualität. Absolut, absolut. Ich bin da ein bisschen engagiert in letzter Zeit, wir messen die Leute und das ist eine Katastrophe. Ja. Also gerade die Leute, die nichts machen oder die ganz viele Leute sagen, ah ja, also ich spreche mit vielen Leuten, dann haben die irgendwelche Kapseln von Amazon und so weiter, ich mache mir einen Spaß und sage, beiß mal drauf. Dann müsste man eigentlich ein Foto machen von dem Gesicht, was man dann sieht. Also so ein ranziges Zeug, was da draußen unterwegs ist. Also alle Kapseln zum Beispiel sind ranzig, kann man mal pauschalisieren, was durch den Herstellungsprozess so ist. Ranzig heißt kaputt, das ist so wie Pommesöl in den Motor seines Ferraris schütten oder sowas. Das würde kein Mensch jemals machen. Aber beim Körper, okay, auch das billige Zeug vom DM oder so. Naja, auf jeden Fall ist es halt einfach so, dass wenn man die Leute messen, also einige Leute denken, denken, sie machen Omega-3, weil sie ja irgendwie mal eine Flasche irgendwas im Kühlschrank stehen haben. Aber das hin und wieder mal nehmen, wenn sie mal dran denken oder so. Und wenn man die Leute dann misst, Katastrophe, 1 zu 10, 1 zu 20, 1 zu 30, also Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 und so weiter, Index ganz niedrig. Und dann ist es halt ein Baustein, aber es geht hier um die Zellmembrane. Da, wo der Stoffwechsel stattfindet und quasi die Durchlässigkeit der Zellmembrane. Also die Gesundheit der Zellmembrane ist auch eine der wichtigsten Therapien, was Entgiftung angeht überhaupt. Wie soll denn der Körper seine Gifte loswerden, wenn das alles durch eine rostige Tür sozusagen muss? Und da sieht man wieder mal, die Haut ist eben auch ein Entgiftungsorgan. Da sind wir wieder beim Thema. Also das ist eben ganz, ganz viel, was wir darüber auch ausscheiden und was sich auch so bemerkbar machen kann. Ja, da kommen wir gleich zu. Ich muss, ich muss, was mir so viele Ankerpunkte und das, was ich eben, wo ich eben gesagt habe, ich wusste nicht mehr, wo ich war, da wollte ich auch noch kurz was zu sagen zu diesen ganzen Cremesgeschichten, Cremesgeschichten. Überhaupt Reinigungs, Reinigungswahnsinn. Ich habe das, seit ich 16 bin, habe ich irgendwie verstanden. Viel habe ich da nicht verstanden, aber da habe ich irgendwie verstanden, okay, die Haut habe ich irgendwo vielleicht mal gehört im Fernsehen oder so, weiß ich nicht. Die Haut hat eine eigene Fettschicht, Schutzschicht und so weiter. Natürlich. Und dann dachte ich mir, wenn ich die mit der Seife wegmache und danach eine Creme drauf tue, das ist künstlich, das mache ich nicht. Deswegen benutze ich seit tatsächlich 16 bin, keine Seife mehr außer an den Händen. Und ja, also meine Haut ist auf jeden Fall okay so und immer besser. Das hat natürlich, habe ich natürlich dann noch deutlich verbessert durch Ernährung und so weiter. Aber gerade Frauen, auch bewusste Frauen neigen einfach dazu, sich ständig einzucremen zum Beispiel. Duschen, cremen, Duschgel oder was auch immer, immer irgendwie draufgecremt. Und dann tritt natürlich auch so ein bisschen der Effekt auf, wenn man sich gewöhnt darauf. Der Körper sagt, ja, okay, da ist schon Fett, da brauche ich jetzt nicht mehr Fetten oder komme ich gar nicht durch irgendwie. Weil es ist ja auch dann vom Sauerstoff abgeschlossen und was weiß ich, was die Poren sind dazu. Und dann verändert sich das natürlich mit der Zeit. Und wenn man dann mal, keine Ahnung, das mal zweimal nicht macht, dann überfettet vielleicht der Körper oder man riecht vielleicht oder so, ist man auch nicht mehr gewohnt. Also das ist auch so eine Abhängigkeitsspirale irgendwie. Aber es muss doch oder es muss doch begreiflich sein, dass die Schönheit von innen kommt. Wenn man mal auch, also Peeling und Pickel wegmachen und was weiß ich, was alles irgendwie da angeboten wird. Es ist doch viel schöner mal irgendwie, die Leute, ich weiß nicht, ich habe noch nicht eine junge Frau gesehen, die war echt, echt übergewichtig. Hatte sich aber die Lippen gebotox, bis der Arzt kommt. Wenn ich mir immer, geh doch einfach mal ins Fitnessstudio oder hör auf, einfach da auf, deine Chips zu essen. Dann müsste es doch viel attraktiver werden. Das muss doch einleuchten, als ich da irgendwie auf das, was jetzt da ist, dann irgendwie da künstlich quasi von außen her irgendwas darum zu manipulieren. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber es ist eben genau, wie das damals in mir auch war. Es gibt dann quasi die eine Pille, die macht alles gut und ich muss selber nichts machen. Genauso ist es wie mit, es gibt die eine Creme, die eine Antifaltencreme oder es ist einfach leider, ja, das Problem, dass man denkt, das ist so einfach und man muss selber nichts machen. Aber das Beste zum Beispiel, was man machen kann für die Schönheit des Gesichts, zum Beispiel schlafen. Ja. Gut, an dem Schlaf arbeiten, ein bisschen Ora-Ring kaufen und dann gucken und ein vernünftiges Bett und so weiter, giftfrei. Ja. Okay, lass mal so ein bisschen oder lass mal beim Schlaf bleiben. Was würdest du denn sagen, wie wichtig der Schlaf ist? An welcher Stelle in der Pyramide würdest du das einordnen? Ich finde, das sind fast alles ebenwürdige Themen tatsächlich. Also ich kann gar nicht sagen, dass jetzt Schlaf wichtiger ist als Ernährung. Ich finde, das sind wirklich alles für mich ebenwürdige Kategorien und du hast ja schon gesagt, es gibt eben Möglichkeiten heutzutage seinen Schlaf zu tracken. Auch ich habe die Möglichkeit da irgendwie, dass ich das nutzen kann und das, würde ich auch noch mal jedem empfehlen, gerade die Leute, die viel, viel machen und tun und immer behaupten, Stress und Schlaf nach dem Motto, das ist schon irgendwie okay. Wenn man das tatsächlich dann misst, dann ist die Wahrheit häufig eine andere und dann bekommt man so ein bisschen das vor Augen geführt, dass man da definitiv noch Potenzial hat. Und wie du gesagt hast, man sollte an allen Punkten arbeiten. Es ist nicht nur eben die Ernährung, nicht nur Vitamin D, Omega 3 und so weiter, sondern der Schlaf hat eine riesengroße Rolle Wir brauchen den Schlaf zur Regeneration von sämtlichen Strukturen, auch der Haut tatsächlich. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Von daher hat für mich der Schlaf einen riesengroßen Stellenwert und ich kann nicht an allen Punkten arbeiten, nur am Schlaf nicht, sondern das ist wichtig, den mit einzubeziehen. Ja. Hör mal mein Buch in die Kamera nur so aus Spaß, richtig schlafen. Es macht auf jeden Fall Sinn, da auch nachzumessen. Man kann sich seinen Schlaf, wenn man so einen Tracker hat, also wie zum Beispiel den Orarin, den ich jetzt auf jeden Fall empfehlen würde, also mir ist nichts Besseres bekannt. Da ist es einfach, also ich schaffe es ja auch selber, wenn ich unbedingt möchte, mir meinen Schlaf zu schrotten. Das kann schon durch sein, zum Beispiel, indem ich irgendetwas esse, Stichwort IgG-Test, da habe ich kürzlich mal wieder einen gemacht, nachdem ich jetzt ein Jahr lang mal so das Experiment gemacht habe. Ich esse es mal einfach alles irgendwie. vorher war ich nicht gegen Gluten unverträglich. Jetzt habe ich halt alles rot sozusagen hier in der App. Komplette Milchprodukte, die ich auch jetzt konsumiert habe, ein Jahr lang. Amaranth, Quinoa, alles was Ei ist, eine Katastrophe. Praktisch alle Nüsse, das war aber vorher schon so. Wenn ich jetzt zum Beispiel abends irgendwie mich auf die Couch sitzen würde, ich habe keine Couch, aber und 100 Gramm irgendwelche Nüsse essen würde, dann gehe ich in die Entzündung rein und bei Nüssen weiß ich jetzt nicht oder irgendwas, was so ein bisschen Richtung Histamin geht und so, da kann man dann teilweise sehen im Ohrring, okay, gehe ich ins Bett und habe einen Puls von 90. Der Körper reagiert darauf mit Stress und dann ist die Nacht nicht so, wie sie sein könnte. Wenn ich zu spät esse und so weiter und je nachdem, was ich dann esse und da kann es dann einfach sein, dass man wirklich massiven Mangel hat an Tiefschlafphasen, Remschlafphasen draußen mal aufwacht, der Ruhepuls einfach viel zu hoch ist und so weiter oder der sich gar nicht richtig beruhigt und so. Also das kann schon wirklich den einen oder anderen Aha-Effekt geben und man sieht dann halt, wie lange es auch braucht, um den guten Schlaf wieder aufzubauen, bis die HF nachts, der HF so, da ist ja auch so, kann man ja auch da, wird ja mitgemessen, ist auf jeden Fall mal so ein netter Richtwert so, man auch sieht, wie lange das dauert, bis die wieder besser wird und wie schnell man sich das auch abschließen kann, wenn man mal irgendwie die Stränge schlägt in irgendeiner Form. Und dabei ist auch noch wichtig, das wirst du wahrscheinlich in deinem Buch ja auch geschrieben haben, dass immer gar nicht so die Schlafdauer so eine Rolle spielt, sondern wirklich die Qualität. Die Qualität, ja. Also das ist bei mir gerade so, ich habe zwar jetzt eine wahnsinnig kurze Schlafdauer wegen einem kleinen Kind mit Stillen und allem Pipapo, aber meine Schlafqualität und auch meine HF-V-Messung ist so viel besser, weil man einfach so erfüllter ist, so viel glücklicher ist, dass es total spannend ist. Ja, genau. Gut, dass du mich an das Kind erinnerst, dass wir es schaffen, den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Aber es sind so viele große Themen. Jetzt mal ein paar rauspicken. Was ist denn mit Umweltgiften, deiner Meinung nach? Da sind wir ja schon auch beim ganzen Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, Cremes und alles, was man sich auf die Haut schmiert. Da noch kurz der Hinweis, alles, was mit der Haut in Berührung kommt, landet letzten Endes in jeder Zelle. Und das heißt, da, wenn man normal auf die Verpackungen guckt von irgendwas, womit man in Kontakt kommt, also vom Spülmittel, Putzmittel, Cremes, Duschgel und so weiter, Deo, wenn man da nicht in Resonanz geht, sage ich mal, mit den komischen Begriffen, die da hinten draufstehen, dann sollte man sich schon mal Fragen stellen. Ja, definitiv. Also das Umweltgifte ist ein Riesenthema. Ich finde, das ist so ein Fass ohne Boden, weil es tatsächlich von bis ist. Also da kann man ja letztendlich das Glyphosat dazu zählen, was wir zum einen über die Nahrung zu uns nehmen, zum anderen werden damit teilweise Bahnsteige eben auch gespritzt und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie auch in der Luft, da kann man jetzt auch Quecksilber, Arsen und so weiter, mit zum Beispiel Seen, sämtliche Schwermetalle, die eine Rolle spielen. Es ist aber auch dann eben der Rauch, Nikotin spielt eine große Rolle. Es ist auch Strahlung, würde ich dazu zählen. Es sind so viele Sachen, die da einfach eine Rolle spielen. Wir sind umgeben eigentlich nur von solchen potenziellen Noxen, wie es so schön heißt. Da müssen wir mal gucken, Schwächenden, Schwächenden Substanzen, Kryptonite, das schwächt uns immer mehr und ja, mit ein bisschen was, nur mit dem Wifi kann man wahrscheinlich ganz gut leben, wenn alles andere tippitoppi ist. Aber wenn dies und jenes und jenes und jenes, so ist das ja bei jedem, ist immer eine Gemengenlage und dann noch die ganze natürlich Prädisposition von Traumatisierungen, von Genetik und so weiter. Das wirkt ja auf jeden unterschiedlich und den einen zerfaltet halt komplett. Ich hatte selber sechs Jahre chronische Mülligkeit, aber da gibt es auch mal viel schlimmere Fälle mit MCS und so weiter. Das ist ja der Horror dann. Ja, es ist dann das, was das berühmte Fass zum Überlaufen bringt und wie du gesagt hast, es ist, auch die Menge und die vielen verschiedenen Gifte sozusagen kommt es darauf an und wie gut unser Körper aufgestellt ist. Wenn ich dann eben noch einen Vitaminmangel habe, dann kann ich eben schlechter entgiften, logischerweise. Das sind alles so diese Faktoren. Von daher kann man bei fast allen Erkrankungen das immer auf so gewisse Kategorien runterbrechen und Umweltgifte ist definitiv ein Thema, worauf man ein Auge machen sollte. Das heißt auch bei der Diagnostik, beim Schuppenflechte-Patienten, wenn ich mit meinen vorhin genannten Sachen überhaupt nicht weiterkomme, auch dann ist eben mal, dass man da mal guckt, Schwermetallanalyse und generell diese ganzheitliche Anamnese, dass man auch mal fragt, wo lebt derjenige denn? Ist da nebenan irgendwas, was irgendwelche Schadstoffe auspustet? Dann müsste man eben auch mal über grundlegende Lebensänderungen sprechen. Ja, dann ist die Therapie natürlich langwierig, weil Entgiften dauert seine Zeit oder ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Ich würde sagen, wir unterbrechen nochmal die Episode, weil ich will deine Zeit in der Zeit im Blick haben und ich möchte aber unbedingt nochmal so auf das ganze Thema IgG, Darm, Gesundheit und so auf jeden Fall eingeben, bisschen Psyche mit reinbeziehen. Ich denke, das sind noch ganz, 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 ganz wichtige Punkte. Ich freue mich auf den dritten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Dr. Konstanze Lohse. Hallo Konstanze. Hallo. Wir sprechen über Psoriasis, Hautkrankheiten generell, würde ich sagen. Und wir sind so ein bisschen dabei, so die ganzen Faktoren mal auszubreiten. Du hast schon sehr vieles genannt. Ich würde noch mal so ein bisschen gerne ins Detail gehen. Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten, Darm, so diese ganze, wir hatten über Glyphosat und so gesprochen. Das ist ja auch Dinge, die alle zusammengehören. Ich habe schon vor, als ich angefangen habe, als ich noch chronisch müde war und so, dann kamen schon Leute zu mir, weil ich dann schon so ein bisschen so ein Gesundheitsfreak war. Also der kranke Gesundheitsfreak sozusagen. Aber dann fragten Leute mich schon, zum Beispiel ein Freund, ein ehemaliger Musiker aus meiner Band, der hatte schon immer ganz schlimme Schuppenflechte, also so männlicher Ganzkörper. Und dann habe ich halt dann irgendwann mal empfohlen, dann wenigstens mal auf Milchprodukte und so zu verzichten. Und das war dann schon bei den Leuten, die ich das empfohlen habe, war das schon eine dramatische Verbesserung. Dann habe ich, das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema, ich habe selber, irgendwann mal hatte ich mal die ganzen Hände voll, weiß ich noch, da war ich ein junger Musiker auch, plötzlich und dann habe ich Eigenurintherapie gemacht. Da habe ich sechs Wochen lang mein Urin getrunken und utopisch sozusagen und dann war das weg. Und auch die Leute, denen ich das empfohlen habe, die das ganz schlimm hatten, die haben damit auf jeden Fall so 80, 90 Prozent Verbesserung erzielt. Wie kann das denn sein? Ja, das ist ganz spannend. Also zum einen das extern aufzutragen auf die Haut, da ist einfach Urea drin, Harnstoff letztendlich. Und da gibt es ja auch nicht umsonst die teuren Cremes, wo das mit drin ist. Man kann es auch billiger machen, absolut. Viele Leute haben da nur eher ein bisschen Hemmung, sowas zu machen. Und das mit dem Trinken ist auch eine spannende Geschichte. Das ist ja ähnlich, wie man das auch kennt mit dem Autovaccin. Ich weiß nicht, ob du das auch schon kennst, dass man letztendlich, wenn man so Darmanalysen hat, dass man aus dieser Stuhlprobe eben auch eine Art Tablette oder Kapsel rausisoliert, um sozusagen dem eigenen Körper das Immunsystem in dem jetzigen Zustand als Tablette wieder zuzuführen. Das ist ähnlich das Prinzip mit dem Urin. Du gibst quasi die, du gibst noch mal einen Reiz. Viel in der Naturherkunde gibt es ja Reiz und Reaktion. Und du gibst quasi diese Fehlsteuerung, die quasi sowohl in den Stuhlprodukten sind, die da eben raus, also man isst dann keinen Stuhl, so ist es nicht, sondern es wird daraus alles fein säuberlich extrahiert, die quasi diese Immuninformation, genau wie mit dem Urin, da sind ja Informationen vom Körper drin und das läuft sozusagen fehl, weil das Immunsystem fehlgesteuert ist. Und wenn du das dann isst, zuführst, dann ist es, ob dem Körper ein Spiegel vorgehalten wird. Und dann kann er darauf reagieren. Deswegen wirkt zum Beispiel die Eigenurintherapie und eben auch diese Autovaccine, was so ein bisschen die, ich sage mal, elegantere Methode ist, wo man quasi Kapseln hat, die aber letztendlich so hergestellt sind, dass das eigene Immunsystem ein quasi wiedergespiegelt wird und dass man darauf reagieren kann. Spannend, habe ich noch nie gehört, aber ob man jetzt irgendwie sein eigenes Urin trinkt, also ich habe dann immer so ein bisschen Eiswürfel reingetan oder so, dann weg und dann irgendwie dahinterher dann Wasser und so oder ob man Kackkapseln essen möchte, weiß ich jetzt nicht, was verbessert ist. Das ist, wie gesagt, alles hoch aufbereitet, da sind dann quasi die Bakterien alles raus isoliert. Das hat nicht mehr viel mit dem eigentlichen Stuhlgang zu tun, aber es wird daraus hergestellt und man kann da eben auch nicht nur Kapseln, sondern man kann da auch Nasenspray zum Beispiel herstellen. Es geht um die Information, die da drin ist. Deswegen, wenn man jetzt über Urin und Stuhl spricht, dann ist das wahnsinnig eklig, glaube ich, auch für die Zuhörer, wenn man aber das so sieht, dass da Informationen drin sind, die wiederum, wenn wir uns das nochmal extern zuführen, unser Immunsystem spiegelt, als Spiegel vorgehalten sieht und dann merkt, aha, da kann ich, da muss ich nochmal ran, da muss ich was umstellen, was umschalten. Das ist so das Prinzip der Naturheilkunde. Ich finde, es ist wahnsinnig schwer zu erklären, aber es funktioniert. Das ist irgendwie das Schöne. Es gibt ja massiv viele Hinweise in Richtung, dass so, wie wir den Körper sehen, dass es ja da noch ganz andere Ebenen gibt. Absolut, absolut. Und Eigenurintherapie ist was ganz Altes. Das ist ja jetzt nicht, dass wir es jetzt neu erfunden haben, sondern so haben früher ganz viele ihre Beschwerden gelindert. Ja, das ist so eine Art Eigenhomöopathie. Ja, kann man sagen. Du sagst so eine Art Spiegel, du kriegst genau das, was du brauchst. Also das ist schon spannend. Und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel Stuhlimplantationen. Also zumindest bei Mäusen. Ich weiß jetzt, bei Menschen wird das, glaube ich, auch gemacht. Da weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau, wieso da die Studienlage oder die Erfahrungen sind. Aber ich weiß, dass es diese Mause-Experimente gibt. Obesity. Also eine dicke Maus kriegt den Stuhl von der dünnen Maus und dann wird die dünn und umgekehrt. Und so. Da ist natürlich schon wirklich einiges los. Und ja, Informationen. Letzten Endes. Und das heißt, die Darmgesundheit ist natürlich einfach massiv wichtig auch. Also wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt über den Urin gesprochen. Ich habe gesagt, wenn die Leute Milch dann weggelassen haben, dann wird es schon besser. Also hält das für sinnvoll? Mal so ein, also ich habe hier einen Podcast mal gemacht und gibt es auch ein Angebot komplett IgG, wo man IgG 1 bis 4 sozusagen kombiniert hat. Das ist, was ich jetzt schon per Mal gemacht habe. Und das ist halt wirklich, also ich meine, ich habe jetzt mal das Experiment gemacht. Ein Jahr, ich esse einfach mal alles. Geht irgendwie auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich es im Spiegel. so, wenn ich jetzt mal, das kommt jetzt demnächst, höre ich mal wieder komplett auf, mach das Experiment mal, das mal alles weg so und dann sieht man das an. Dann wird man sich fünf Jahre jünger aus. Und das ist natürlich schön, wenn das einmal an der Haut so zu sehen ist, aber das ist natürlich trotzdem im ganzen Körper ja der Fall. Dann wird auch der Schlaf besser. Dann tut es dem Darm auch letzten Endes besser. Darm, wie sieht das aus bei den Leuten da zu teilen? Ja, wie ich ja gerade schon oder vorhin schon gesagt habe, ich hatte gerade vor zwei Wochen eine Patientin, die hatte wirklich eine ausgeprägte Schuppenflechte und bei der haben wir eine Mikrobiom-Analyse gemacht. Das heißt, wir haben geguckt, wie sind die Bakterien so aufgestellt. Da gibt es ja verschiedene Bakteriengruppen, zum Beispiel die Bakterien, die für das Immunsystem zuständig sind, wie zum Beispiel E.coli und Enterokokken oder eben die Bakterien, die quasi das Milieu stabilisieren. Ich sage mal, das ist die Polizei, die Türsteher, die gucken, wer kommt rein, wer kommt raus, wer geht raus so ungefähr. Das sind dann Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, Bifidobakterien. Da gibt es eben verschiedene Gruppen, unter anderem auch spannend eben Bakterien, die bilden Neurotransplitter, also Gehirnbotenstoffe wie GABA zum Beispiel. Also das heißt, auch da sollte man durchaus mal den Darm mit auf dem Schirm haben, wenn die Psyche in Mitleidenschaft gezogen ist. Und häufig ist das so ein Kreislauf. Und bei der war das wirklich so, die hatte fast überall Rot. Also Rot heißt, dass da die Bakterien fehlten. Vorgeschichte war eben tatsächlich Fee-Antibiotika-Therapie, teilweise schon sehr, sehr lange her, aber eben damals so drei, vier Wochen Antibiotika-Therapie im Abstand von zwei Monaten nochmal. Und das rasiert einem quasi die ganzen Bakterien eben ab. Das ist logischerweise Antibiotika, macht eben die Bakterien überall kaputt. Nicht nur da, wo sie vielleicht dann die Infektion hatte, wie in dem Fall in der Lunge, sondern eben auch im Darm. Übrigens so waschechte Biohacker, die lassen sich ihren Stuhl einfrieren. Falls es mal dazu kommen sollte, also wenn sie noch gesund sind, in jungen Jahren sozusagen mit 18, 20 oder irgendwie so oder mit 16 Stuhl einfrieren lassen oder mehr. Und dann kann man notfalls wieder auf das eigene Mikrobiom zurückgreifen, so die Idee. Sollte mal, keine Ahnung, sollte mal eine Antibiotika-Behandlung zum Beispiel einfach mal notwendig sein. Ja, ja. Ja, auch spannend. Da hat man den Kühlschrank nicht voller Muttermilch, sondern dann eher voller Stuhlproben. Das ist sehr gut. Naja, aber was ich sagen wollte, der Darm tatsächlich spielt zum einen eine ganz, ganz große Rolle, was die Darmflora, also die Mikroben, die Bakterien angeht. Wie gut bin ich da aufgestellt? Das ist zum einen Punkt. Und der andere Punkt ist, und das ist sicherlich auch allen schon soweit bekannt, das ist das sogenannte Leaky Gut-Syndrom, der durchlässige Darm, wie es so übersetzt heißt. Und da kommen wir genau eben zu den Punkten, die du dann auch gesagt hast. Wenn ich Ernährungsempfehlungen rausgebe, und gerade bei der Schuppenflechte, dann klar wissen wir, Zucker ist allgemein schlecht, macht Entzündungen direkt im Körper, bildet AGEs und so weiter und macht aber auch, züchtet uns die falschen Darmbakterien ran. Tatsächlich und die, das ist eben ein Punkt, aber sowas wie Weizen oder allgemein glutenhaltige Produkte, auch Milchprodukte können dann eben zu diesem Leaky Gut führen, zu diesem durchlässigen Darm und können dann letztendlich unser Immunsystem da auch triggern, wenn sie eben durch die Darmschleimhaut, durch diese Tide Junctions, die Verbindungsstücke, die quasi die Darmzellen da zusammenhalten, durchdringen und dann unserem Körper eine Immunreaktion auslösen. In dem Fall dann eben eine Autoimmun-Geschichte, sodass es da viele, viele Faktoren gibt. Zum einen, die zu diesem Leaky Gut führen und dann die immer wieder unser Immunsystem befeuern und fehl lenken und dann zu dieser stillen Entzündung führen. Und auch da gibt es verschiedene Parameter im Stuhl teilweise, die ich dann messen kann, um zu gucken, liegt da ein sogenanntes Leaky Gut-Syndrom vor. Auch das kann ich wiederum, Stichwort Diagnostik, messen. Ich würde aber auch so jemanden einfach raten, vor allem, wie du schon gesagt hast, Weizen, Lichtprodukte, Zucker tatsächlich wegzulassen. Und das Schöne ist, wenn man das eben gerade auch mal so als Eliminations-Diät macht, von jetzt auf gleich, mal sechs bis acht Wochen wirklich weglässt, dass die Leute dann auch wirklich schon schnelle Effekte haben. Je nachdem natürlich, wie sie sich vorher ernährt haben. Das ist dann am Anfang total hart und es gibt dann auch die Möglichkeit, das dann wieder einzuführen tatsächlich nach einer individuellen Verträglichkeit. Aber mir war es zum Beispiel so, ich war extrem milchabhängig auch. Man denkt immer so, Gott, die Leute sind drogenabhängig, nikotinabhängig und irgendwas. Und ich war milchabhängig. Dann kann man sagen, mir war zwar Milch immer irgendwie schon, also die Qualität der Milch schon immer wichtig. Das heißt, ich habe damals schon immer versucht, auf Weidemilchprodukte und so weiter zu achten. Das ist ja auch ein Riesenunterschied. Milch ist nicht gleich Milch. Aber ich habe wirklich mehrere Lasermilch pro Tag getrunken. Und wenn ich das nicht getrunken habe, wurde ich unruhig und kribbelig und brauchte das sozusagen. Und das musste ich auch erst bei dem Milchentzug machen. Und das hat einen riesengroßen Vorteil tatsächlich gebracht. Und das eben nicht nur bei der Schuppenflechte, sondern bei sämtlichen Hauterkrankungen, wie du auch schon gesagt hast, spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Aber es ist dann eben nicht nur die Milch oder die Milchprodukte, sondern es sind eben verschiedene Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und den Darm wieder auf Vordermann zu bringen mit entsprechenden Probiotika und Präbiotika, also einmal mit aktiven Darmbakterien, die ich dann zu mir nehme, um das eben wieder aufzubauen. Zum anderen durch probiotische Lebensmittel, die ich eben auch zuführe, wie zum Beispiel Sauerkraut, wo aktive Bakterien noch drin leben, dann eben auch Präbiotika. Das heißt, das sind bestimmte Ballaststoffe, die unsere Bakterien als Futter brauchen, wie zum Beispiel Chicorée. Da sind eben gewisse Stoffe einfach drin, die die Bakterien gerne essen sozusagen. Und dann kann ich mir das wieder ranzüchten. Ich kann aber eben auch insgesamt eine richtige Darmsanierung einmal machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie stark ich betroffen bin. Was ist denn eine richtige Darmsanierung, deiner Meinung nach? Von bis, also da kann man von, ich mache einmal komplett einen Einlauf sozusagen und spüle einmal alles raus und baue es danach wieder auf mit entgiftungsbegleitenden Entgiftungsmaßnahmen und so weiter. Das ist von bis, würde ich aber tatsächlich bei einer Schuppenflechte auch eben nur so als einen Teil der Therapie sehen. Okay. Ich möchte das, was du gesagt hast, mal unterstreichen oder kurz zusammenfassen, weil das ist meiner Meinung nach super wichtig. Das ist ein ganz großer Bestandteil. Wir haben viele Sachen angesprochen, die auch wichtig sind, aber der Zusammenhang nochmal, ja, Ernährung und so, das ist so, ja, klar, Ernährung ist wichtig und so und ja, der Darm, klar. Also wenn du irgendwie Probleme mit deiner Haut hast und du Toilettenpapier brauchst, dann heißt das schon einen ersten Hinweis darauf, dass eventuell das, das eine mit dem anderen was zu tun haben könnte. Und du hast ja gesagt, wir haben Leaky Gut. Leaky Gut entsteht durch Quecksilber, durch Glyphosat, durch, durch, durch EMF, durch alles Mögliche, ja. Diese, diese, diese unglaubliche kleine, dünne Schicht sozusagen der, der Darmschleimhaut, die steht quasi unter Beschuss. Das ist, die ist so gedacht, die ist ganz sensibel, die steht im Kontakt. Das ist ja eigentlich sozusagen die Außenhaut, muss man eigentlich sagen, dass die Kontaktstelle dann nach innen und die ist halt einfach sehr sensibel und das ist auch so gedacht. Aber in unserer heutigen Welt wirkt halt alles darauf ein. Und dann, wenn wir, wenn wir uns dann halt so ernähren, dass dort ständig Entzündung entsteht, unverdaute Proteine dann irgendwie über den Leaky Gut ins Blut gelangen dort, dann kommt es da nochmal zur Entzündung. Also viele der IgG-Geschichten entstehen ja überhaupt erst durch Leaky Gut. Das sind ja nicht die bösen Nahrungsmittel. Bei Gluten kann man diskutieren und ob eine A1-Kuhmilch irgendwie jetzt eine gute Sache ist, kann man auch drüber diskutieren. Da sind wir aber wahrscheinlich dann auch wiederum individuell. Aber wenn ich das nicht weiß und ich nehme das jeden Tag, da kommen ja noch andere Sachen zu. Da kommen die ganzen Nüsse und Lektine und Oxalate und so weiter. Also die sind schon relativ viele Dinge, die einen da triggern können. Aber wenn ich die immer nehme, dann weiß ich das nicht. Das heißt, ich habe ein komplett aktiviertes Immunsystem, das raubt mehr Energie ohne Ende. Natürlich ist das ein Einfallstor für Infektionen, Parasiten und so weiter. Das heißt, nur so Ha-Ja-Ernährung, das ist dann so ein bisschen gesünder. Nee, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran und am Ende hat man, sieht man aus wie, weiß ich nicht, wie eine Ampel. Aber das ist ja nur ein Ausdruck davon, von Darmgesundheit und vielleicht auch von einer gewissen Toxizität oder einer Entzündlichkeit, wo der Körper sagt, ich weiß nicht, wo ich es überhaupt noch hinbringen soll. Hier ist ein Alarmsignal. Ich mache jetzt einfach mal hier irgendwie rotes Lämpchen. Vielleicht änderst du mal was. Ja, das ist wie am Auto. Wenn da irgendwas ein rotes Lämpchen angeht, dann bringt es nichts, wenn ich das rote Lämpchen einfach ausschalte, sondern ich muss vielleicht gucken, wo ist es und wo kann ich da direkt was tun. Und ja, was das System Körper angeht, sind es in der Regel mehrere roten Lampen, die da blinken und ich muss an allen Enden und Ecken da was tun. Und wie du auch gesagt hast, es ist ja auch einfach so, es ist nicht nur mal eben ein bisschen Ernährung, sondern es heißt so schön, du bist, was du isst. Das ist einfach so. So gut, wie wir essen, sind unsere Bakterien unten aufgestellt, sind unsere Körperzellen eben mit Nährstoffen versorgt und erfüllen ihre Funktionen oder eben nicht, indem sie durchlässig sind. Und es ist, ja, die Ursachen sind nur mannigfaltig und so mannigfaltig muss ich da auch angehen, auch individuell und die bekämpfen. Deswegen gibt es nicht dieses eine Rezept gegen Schuppenflechte. Es gibt so gewisse Dinge, die ich vorhin auch schon angesprochen habe, die einfach so standardmäßig bei jedem und auch bei jeder Autoimmunerkrankung, bei jeder Hauterkrankung und bei vielen, vielen Erkrankungen einfach immer gleich identisch sind, die sich eben unverarbeitete Lebensmittel bevorzugen soll. Und was wir besprochen haben, Bewegung, Stress, Schlafmanagement, auf den Darm aufpassen und solche Sachen. Und dann gibt es eben nochmal so ein paar Feinheiten, die man dann individuell bei den Patienten herausarbeitet. Genau. Du hast gesagt, auch mal Einläufe machen, kann man machen. Also wenn es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, also man kann natürlich zum Beispiel sagen, pauschale Eliminations-Diät, ich lasse mal alles weg, so wie ich das zum Beispiel in meinem Entgiftungsprotokoll vorschlage. Der teurere Weg wäre, ich mache einen Test und lasse dann alles gezielt weg. Es gibt auch diese ganzen Hardcore-Wege, Gaps, Diet und so weiter. Also erstmal irgendwie vier Wochen Knochenbrühe und dann nur Karotte und dann mal schauen und so. Das dauert dann jahrelang, bis man wieder alles integriert hat. Wir haben ja, wenn wir insofern noch einen Blinddarm haben und der nicht von wütenden Medizinern rausgeschnitten wurde, dann ist das ja ein Reservoir für unsere Mikrobiom. Da hat die Natur sich ja auch ein bisschen was bei gedacht, sodass man auch einen Einlauf damit auch klarkommt oder auch mal eine Antibiotika-Kur. Das ist natürlich schon ein anderer Tobak, aber trotzdem, es gibt dann Reservoir, wenn man jetzt keine Stuhlprobe sich irgendwo eingefroren hat, wo dann sich das auch wieder bilden kann. Und wir können uns ja auch wieder neu besiedeln lassen. Also manchmal, ich denke, wenn es noch nicht so ganz so schlimm ist, dann kann man sanfte Wege gehen und natürlich irgendwie versuchen, immer gesünder und gesünder zu werden. Aber manchmal ist es vielleicht auch gut, so ein Reset zu machen, was ein bisschen ein Hardcore-Weg ist, aber vielleicht mal eine Woche fasten oder zwei. Mal richtig auf Null gehen, auch vielleicht Pilze und Candida und so weiter erstmal austrocknen. Das ist ja auch nochmal ein Thema, gerade wenn ich viel Zucker esse und so weiter. Und dann eigentlich quasi wieder neu aufbauen. Das ist nicht immer nur ein Spaß, ein Spaziergang. Das ist kein Buffet, kein Picknick. Aber ich glaube, das ist, das kann auch ein guter Weg sein, um dann mal wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal Nägel mit Köpfen sozusagen. Weil ich meine, der Leidensdruck ist ja enorm. So eine Schuppenflechte oder sogar Neurodermite, das ist ja kein Spaß. Und gerade auch bei Kindern. Wie sieht es denn bei Kindern aus? Da kann ich ja nicht sagen, du fasst jetzt mal irgendwie zwei Wochen. Was macht man denn da? Da kann man als Elternteil letztendlich versuchen, nur die ganzen genannten Sachen so gut wie möglich zu beeinflussen. Das heißt, da zum Beispiel die Ernährung dann optimal für das Kind zu gestalten. Und das ist heutzutage total schwierig, wenn es eben im Kindergarten ist, wenn es bei Freunden ist, wo es dann teilweise nur Fertignahrung gibt. Da kann man einfach nur versuchen, durch Mealprep und selber so gut wie möglich, dass man Bio-Lebensmittel bevorzugt, dass man eben Weizen, Zucker und diese ganzen Sachen einfach auch weglässt und versucht eben wirklich eine gemüsebasierte, nährstoffreiche Ernährung schafft für das Kind. Man kann aber auch da schon gut auch mit Mikronährstoffen arbeiten, auch mit Vitamin D, Omega 3 wäre für mich die Basis. Gegebenenfalls eben noch Zink, Zink auch für die Haut ganz entscheidend, dass ich da eben arbeite und dass ich versuche, das Kind so gut es geht von sämtlichen Umweltgiften natürlich abzuschirmen, dass ich darauf achte, Probiotika auch da wunderbar fürs Kind. Das kann man sogar schon mit ganz kleinen Babys machen, dass man die da unterstützt, dass man den damit unterstützt, gerade wenn es eben aus Gründen irgendwie dann doch zu Kaiserschnitt oder Ähnlichem kam, kann man eben da direkt auch anknüpfen, das Mikrobiom, also die Darmflora aufzubauen. Das sind alles Sachen, die kann ich machen. Und auch beim Omega 3 ist die Studienlage eben sehr, sehr gut, dass ich weiß, Kinder, die eben gut mit Omega 3 versorgt sind, die bekommen eben deutlich weniger Eczeme, Neurodermitis und Schuppenflechte und andere Hauterkrankungen und ADHS und so weiter. Und das sind ja praktisch alle. Also ich habe meine Tochter zum Beispiel getestet 16 zu 1, sollte 1 zu 1 sein oder 1 zu 3 maximal, 16 zu 1. Ja, ja. Ja, das ist schon. Und also gerade bei den Kindern, die brauchen das noch mehr, die wollen natürlich keine Entzündung haben, die wollen natürlich auch eine schöne Haut haben. Meine Tochter ist gerade in die Pubertät gekommen, lassen wir die Glocken Leute an dieser Stelle. Ich dachte, das passiert mich. Jetzt ändert sich wirklich einiges. Das ist erstaunlich. Aber so, jetzt ist Haut dann plötzlich ein Ding. Und ja. Ja, und Kosmetik. Also das ist ja dann in dem Thema auch, also in dem Alter auch sehr interessant, wenn es dann losgeht mit Schminken und so weiter und duftenden Hautlotions, dass man da eben auch versucht, das Kind so gut wie möglich aufzuklären. Dass es eben doch eine Rolle spielt, was ich da draußen drauf schmiere und die fünf Megabschichten, dass die dann doch was mit mir machen. Und dass man auch, finde ich, man kann das als Elternteil immer nur vorleben. Ich kann wirklich einen gesunden Lebensstil, auch meinen Patienten gegenüber, ich kann immer nur sagen, ich kann das vorleben, ich muss authentisch sein und hoffe, dass das Kind das dann übernimmt und dass ich eben die Gegebenheiten zu Hause so schaffe, dass dann einfach alles da ist und eben gewisse Dinge, dass das Kind eben aufgeklärt ist, dass das nicht gut für einen ist und und dass man das so weitergibt als Vorbild. Ja, vorleben und Angebote machen, oder? Ja. Auch dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, also wenn das Kind zwei ist, dann wird es vorgegeben, aber meine Tochter ist jetzt 13, da kann ich sagen, du kannst dich da oder dafür entscheiden. Du kannst den ganzen Tag auf dem Handy hängen. Jetzt hat sie ein Handy, war gegen meinen Willen, aber jetzt hat sie eins. Also ich glaube, ich habe sie letztens mitgetragen, aber jetzt ist das schon auch problematisch. Du kannst den ganzen Tag das machen oder wir machen eine Motorradtour durch die Pyrenäen. Your choice. Oder du lernst Italienisch oder was weiß ich. Also Angebote machen für die Kinder oder Jugendlichen, dass es Wahlmöglichkeiten gibt. Dann kannst du die Chips essen, nur kommen wir dann morgen nicht und jetzt hat sie nämlich so kleine Pickelchen. Ja, das ist ja ganz schrecklich und so. Ja, ich wusste, jeden Tag muss ich dir das Omega-3-Öl irgendwie reinzwingen. Die macht da mal ein bisschen Drama drum. Und das hat was damit zu tun, meine Liebe. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Und dann kann man eben mit Kindern auch, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wahrscheinlich aufgrund der Kürze der Zeit eben auch schwierig ist, aber es gibt eben auch noch so Klimatherapien, dass ich eben versuche, dann Urlaub zum Beispiel an der See zu machen, dass ich dort das Meersalz habe. Das sind ja auch ganz tolle Sachen für die Haut, was ich machen kann. Ja. Man kann auch viel mit Meersalzbädern und so weiter. Da kann man auch was machen. Basenbäder. Also da gibt es noch so viel mehr, was man eben auch noch machen kann. Trinkmoor nehmen, für den Darm. Überhaupt immer die Natur wieder suchen. Ja. Auch sich das, also sagen wir mal, man würde eine Rosskur machen, so einmal irgendwie Reset, könnte sogar noch CDL irgendwie Einläufe machen oder so. Dann hat man nichts mehr da und dann steht man erst mal blöd da und sich jetzt wieder besiedeln lassen. In den Wald mal gehen. Dort die Dinge anfassen, einatmen, alles anfassen, umarmen. Dr. Seck Busch, den hatte ich mal vor zwei Jahren im Podcast, da fing das gerade mit C an und dann sagt er, es gibt eine Studie, dass wenn man, ich glaube, siebenmal am Tag umarmt wird, dann 70 Prozent geringeres Risiko für eine Infektionskrankheit hat. Austausch. In die Welt wieder umarmen und damit in Austausch gehen und natürlich mit der Natur und mit den Lebewesen, vor allem mit den Menschen und ja gut, bei Tieren kann man drüber diskutieren, dass da auch mal was sein kann, aber da sollte man sich nicht vor fürchten so, das ist ja populär geworden, sich vor allem zu fürchten, das ist ja auch gedacht, aber ja, das wieder zu suchen und sich da besiedeln zu lassen und dann wird der Darm auch letzten Endes wieder besiedelt und die Dinge auch einfach mal so zu essen und man muss nicht immer alles so, weil man weiß wie abwaschen und so weiter. Nur um die Pestizidrückstände zu entfernen. Ja, die sollten natürlich möglichst da sowieso nicht drauf sein. Im Idealfall, ja. Ja, man kann sehr, sehr viele Sachen fermentieren und auch mal stehen lassen und so weiter. Ja, nicht alles desinfizieren, bitte. Dass die Kinder eben auch mal wieder im Dreck spielen dürfen, solche Sachen. Also man kann es eigentlich immer so, finde ich, ein bisschen kurz fassen, dass man sagt, so leben auch wieder im Einplan mit der Natur, so wie es war. Das ist so eine Sache. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir fällt auf jeden Fall auf, ich predige ja quasi recht viel über gesunde Ernährung, Mikronährstoffe und so weiter. Aber das zu erzählen und das zu wissen, ist eine Sache. Das Umsetzen ist eben nochmal was anderes. Das ist eben so die Geschichte. Da hast du schon gesagt, es kommt auf den Leidensdruck drauf an. Es kommt auf die Motivation drauf an. Und was ich aber so ein bisschen jetzt gemerkt habe, ist eigentlich, dass ich schon so ein bisschen meinen Beruf verfehlt habe als Ärztin, indem ich ja einfach immer Wissen versuche zu vermitteln und versuche das ja auch in Vorträgen und so weiter, den Menschen rüber zu bringen. Aber eigentlich müsste man eher Verhaltenscoach werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man müsste eigentlich, manchmal würde ich die Patienten immer rütteln und sagen, jetzt mach doch mal. Aber sie machen es einfach nicht, weil so viele Hindernisse da sind. Das ist ich, der Ehemann, der einfach nicht mitmacht, der die ganze Zeit die Chips dann holt, solche Sachen oder eben raucht. Und deswegen finde ich dieses gesunde Gewohnheiten implementieren, das ist eigentlich so das tatsächlich, was ich gemerkt habe, was eigentlich so der Schlüssel ist, neben dem ganzen Wissen, was ich machen kann. Ich kann eine Schwefelkur machen und irgendwas, alles so fancy Zeug. Aber eigentlich muss ich mein Leben so umkrempeln, dass ich die gesunden Gewohnheiten tatsächlich implementiere und dass es mir dann auch nicht mehr schwer fällt. Weil wie du schon gesagt hast, am Anfang machen wir vielleicht eine Eliminationsdiät. Wir machen dies und jenes, um das alles einmal so ein Reset zu machen, zu durchbrechen. Aber langfristig wollen wir irgendein Leben haben, womit wir gut umgehen können, wo man sich nicht nur einschränkt. Und das ist eben das Schönste, wenn man dann gesunde Gewohnheiten eben implementiert in seinem Leben, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, muss ich jetzt morgens Vitamin D einnehmen oder Omega 3 einnehmen, sondern es ist automatisiert. Und somit kostet es keine Entscheidungsenergie mehr. Und das habe ich einfach so gemerkt, dass das noch fast viel wichtiger ist, sich Stück für Stück gesunde Gewohnheiten anzueignen, als nur das reine Wissen tatsächlich. Ja, ich entlaste dich da ein bisschen oder Leute wie ich, ich mache auch ganz viele Produkte, Bücher, wo es einfach um diese grundlegenden Themen einfach geht. Schlaf, überhaupt gesunder Lebenswandel. Ich habe ja auch diverse Produkte, ich weiß nicht, ob du die kennst hier, wo einfach wirklich massiv viele hochwertige Mikronährstoffe sind. Ich habe eine Darmkur, ich habe einen Probiotika, was hier schon mit drin ist und so weiter. Ich versuche Lösungen anzubieten, inklusive mir selber. Ich mache das alles, mache das alles selber, nehme das alles selber. Aber damit es für den modernen Menschen, damit wir mit dem oxidativen Stress umgehen können, den Belastungen, dem Stress, den wir haben, dass wir mit uns mit allen Nährstoffen versorgen können. Natürlich sollten wir so gut wie möglich essen, gar keine Frage. Aber ich denke, wir haben heutzutage einfach mehr Bedarf, weil einfach der Demand sozusagen bei dem ganzen Wahnsinn sozusagen, den wir kreiert haben und den wir uns dann immer aussetzen, einfach viel, viel höher ist. Und deswegen würden wir schnell altern, krank werden und so weiter. Sie sehen ja, wie diese ganzen chronischen Erkrankungen in die Luft schießen. Das ist ja sehr unglaublich. Deswegen müssen wir uns meiner Meinung nach so weit stützen, wie es geht. Und natürlich auch, wie wir genetisch aufgestellt sind. Aber ich möchte das auf jeden Fall für mich tun. Und deswegen mache ich das halt so. Das ist so mein Ding. Ich meine, du kannst natürlich auch selber deinen eigenen YouTube-Kanal noch aufmachen oder Instagram, ich weiß nicht, ob du sowas hast, aber auch noch in diese Richtung machen. Aber wir brauchen natürlich die Kombination von so Leuten wie mir und so Leuten wie dir. Irgendwo muss man die Leute auch mal hinschicken. Also diese ganzen Tipps sind super gut, aber es gibt halt so viele Menschen, da ist es halt nicht oder nicht mehr alleine ausreichend. Die brauchen, müssen auch an die Hand genommen werden. Okay, wir machen jetzt mal Labor XY und schauen mal, wo ist jetzt wirklich, was ist jetzt wirklich nötig? Oder wir müssen dich jetzt mal schnell entgiften. Du bist von oben bis unten voll mit irgendwas. Da muss man einfach dann schon mal auch gezielter rangehen, weil vielen Leuten da draußen geht es echt schlecht. Das stimmt, das stimmt. Deswegen ist es toll. Danke für deine Arbeit, die du da auch mal machst. Das ist die Aufklärung und dass man gemeinsam die Menschen an die Hand nimmt und sich da auch so ein Netzwerk aufbaut. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Ja, also das ist ja ein Miteinander. Ich lebe ja auch davon, dass so tolle Leute wie du hier hinkommen und ja, auch das, also wir haben ja, wir haben ja komplett die gleiche Ansicht auf die, auf die Dinger so letzten Endes. Und das ist ja auch wichtig, auch vielleicht das immer wieder zu hören, auch wenn es viel, viel sich in den fünf Jahren am Ende sich sicherlich viel wiederholt, aber auch immer wieder mit wieder einem neuen Gesichtspunkt da drauf zu schauen. So, ach ja, stimmt. Vielleicht sollte ich mich mal mehr um meinen Darm kümmern zum Beispiel. Aus meiner Sicht ist es, ist Darmpflege. Da sollte jeden Tag sollte man etwas tun. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel so ein neues Zeolit-Bentonid rausgebracht. Das ist zum Beispiel ein Bestandteil meiner täglichen Darmpflege. Und also jeden Tag sollte man etwas für seinen Darm tun. Vielleicht ein bisschen Sauerkraut nehmen oder so und darauf achten und einfach mal auch den Stuhl irgendwie und so weiter beobachten. Und daran kann man so viel erkennen, schon wie das ist. Also der Darm, die Wiege der Gesundheit oder da sollte man eigentlich täglich was tun. Da du ein kleines Kind hast und das vielleicht gleich Hunger bekommt, würde ich gerne noch als allerletztes ein bisschen über die Psyche sprechen. Da überlasse ich dir die Bühne. Was denkst du, was hat das mit, ja generell, das ist ein großer Begriff, aber mit Psyche zu tun? Wie wichtig würdest du das erachten? Ja, also letztendlich Haut ist der Spiegel der Seele. Das ist einfach so, man sieht es uns an tatsächlich, auch wie wir uns fühlen. Es äußert sich eben ganz, ganz viel darüber und was wir eben auch nicht vergessen dürfen, das ist so ein Rein und Raus sozusagen. Das heißt einmal, die Psyche wirkt sich direkt auf die Haut aus und wenn ich aber die schlechte Haut habe, wirkt sich das auf die Psyche aus. Das heißt, gerade das, was ich eben auch erlebt habe, diese Stigmatisierung und dass man sich einigelt, zurückzieht, soziale Isolation, einfach weil man, weil die Haut nicht schön ist und weil die Haut ja auch irgendwie, schöne Haut ist ja auch ein Schönheitsideal und damit meine ich jetzt nicht die überschminkte Haut, was immer so bei Instagram und Fernsehen ganz toll aussieht, sondern wirklich echte, natürlich schöne Haut und man soll sich da wohlfühlen und wenn man sich psychisch nicht wohlfühlt, dann ist es wirklich das eine, beeinflusst das andere und das ist einfach auch Psyche und Stress, das spielt wieder so eine riesengroße Rolle und deswegen kann ich da auch nur jedem empfehlen, in der Naturheilkunde spricht man da von der Ordnungstherapie auch, dass man auch sein Leben diesbezüglich ordnet, Gedanken, Gefühle, dass man eben auch mehr für sich tatsächlich auch macht, für die Psyche, dass man möglicherweise Dinge, die einen belasten, auch aus der Kindheit, Glaubenssätze etc., dass man eben das alles aufrollt und versucht, die Psyche so gut es geht zu stärken, denn dann stärke ich auch meine Hautgesundheit und wiederum auf der anderen Seite, dass ich eben auch weiß, es gibt Wege, die Haut zu verbessern, nahezu egal, welche Hauterkrankung ich habe, ich kann immer etwas verbessern, ich kann es in den meisten Fällen nicht heilen, ein Heilversprechen kann man nicht geben, man kann das für gewöhnlich in klinische Remissionen bringen, so wie wir immer sagen, das heißt, es gibt keine äußeren Erscheinungsbilder, auch ich habe das quasi geschafft, über die letzten Jahre komplett symptomfrei zu sein, aber wenn ein Baustein und das kann dann Psyche und Schlaf sein, wenn das aus dem Ruder gerät, wie das bei mir auch der Fall war, trotz toller Ernährung, trotz Omega-3 und Vitamin D und was weiß ich nicht alles, Probiotika, die ich einnehme etc. und wenn ein oder zwei Bausteine aus dem Ruder laufen, dann kann eben so eine Schuppenflecht zum Beispiel auch wieder kommen, aber das Gute ist, dass man auch da dann weiß, aha, ich kann am Thema Stress und Schlaf arbeiten und das Kind wird irgendwann groß und die Echte wären besser so ungefähr. Ich wollte gerade sagen, als junge Mutter ist das natürlich ein bisschen. Aber so viel nochmal zur Bedeutung vom Schlaf, aber auch die Psyche, wenn man irgendwie blöde Erfahrungen gemacht hat etc. traumatisiert wurde, das spiegelt sich direkt wieder auf der Haut und deswegen dieses ganzheitliche Herangehensweise an allen Punkten arbeiten und eben auch die Psyche so stärken und sich eben nicht einigeln, das wäre eben nochmal mein Tipp, sondern wirklich mit Optimismus an die Sache rangehen und einfach wohlwissentlich, auch wenn es mehrere Jahre dauert teilweise, bis man die Schuppenflechte dann in den Hintergrund gedrückt hat sozusagen mit seinen ganzen Maßnahmen, die man macht, es lohnt sich. Es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man eben nicht mehr irgendwelche Cremes braucht, sondern wenn man bewusst die Entscheidung treffen kann, ich ernähre mich so, ich mache 80 Prozent, sage ich immer so einen gesunden Lebensstil durch gesunde Gewohnheiten und dann habe ich eine gesunde Haut, dann kann auch mal ein Geburtstag dabei sein, wo man eben mal Alkohol trinkt oder irgendwas, das kann der Körper gut kompensieren, aber es lohnt sich wirklich diesen langen und sehr, sehr steinigen Weg der Lebensstiländerung mit all den genannten Dingen von vorn zu gehen, weil das Endergebnis, dass man dann wirklich mal frei ist von Chemie und von diesen ganzen Produkten und Salben und Cremes und dann ist auch die Motivation, wenn man das einmal erlebt hat, an diesem gesunden Lebensstil festzuhalten und eben auch Stress zu reduzieren, Thema Psyche und so weiter, die ist dann eben riesig groß, wenn man das selber geschafft hat. Ja, da muss man sich halt hinbegeben und das dauert halt eine Weile, da braucht man Disziplin, Routinen und wenn man das dann mal geschafft hat, also man kann auch quasi süchtig werden nach gutem Schlaf zum Beispiel, also anstatt abends eine Flasche Wein zu trinken, was einem ein gewisses Hai gibt, gibt es einem genauso ein Hai, wenn man morgens aufhaut und denkt so, ja, ich bin so richtig fit, ich kann mich konzentrieren, ich habe Bock, ich habe Lust sofort Sport zu machen, ich will rausgehen. Das dauert aber eine Weile, bis man da hinkommt und die meisten Leute kennen das gar nicht, die meisten Leute quälen sich aus dem Bett und so weiter. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, also Schuppenflechte ist, Psoriasis ist eine Autoimmunkrankheit, ist eine autoentzündliche Krankheit und wir haben ja massive Einflüsse wirklich von, wir reden hier über Mikronährstoffe, ganz weit vorne Omega-3, was als EPA schon mal antientzündlich ist und überhaupt auf zellulärer Ebene gebraucht wird, genauso wie Vitamin D, was 4000 gesundheitsbringende Gene aktiviert. Wir reden natürlich auch über Vitaminen, Vitaminoiden, Mineralien, wir reden sicherlich auch von Proteinen, meiner Meinung nach. Wir reden ganz elementar vom Darm und der steht halt unter Beschuss von ganz vielen Seiten, das ganze Thema, wo ich mir hier den Mund fruselig rede, EMF, natürlich Zucker zum Beispiel, überhaupt die gesamte Ernährung und dann haben wir Leaky Guard, dann geht es dann auch in die Autoimmunität rein oder das ist vielleicht auch eine der Hauptfragen nochmal an dich, ist das einer der Hauptwege, wie es dann zu dieser Autoimmunität kommt? Ja, absolut, absolut. Ja, das heißt, da tut man sich keinen Gefeuern, weil da hängen ja dann noch andere Dinge hinter mir dran, dann kriegt man noch Lupus und was weiß ich was alles. Also da, das ist so, sobald man da in so eine Richtung geht, da sollte man wirklich anfangen zu agieren, meiner Meinung nach, weil das wird dann ansonsten schlimmer. Du hattest das auch am Anfang mal angedeutet, richtig? Genau, dass man ein erhöhtes Risiko hat für weitere Autoimmunität, und du hast ja schon gesagt, Lupus oder Motiv, das ist der Rosa, also das sind wirklich, also da ist die Schuppenflechte noch harmlos in Anführungsstrichen. Genau, das ist ein Indikator, das ist die rote Leuchte, Hashimoto und so weiter. Da hängt das gesamte Energiesystem dran und dann wird irgendwann die Schilddrüse rausgenommen und so weiter. Und dann kann man ein ganzes Leben lang Hormone nehmen und so. Also wenn man zu den schulmedizinischen Weg zumindest geht. Also das ist ein massives Alarmsignal und es gibt so viel, was man selber machen kann. Natürlich ist es sinnvoll, vielleicht zur Konstante zu gehen oder zu jemandem und sagen, vielleicht können wir mal hier irgendwie ein bisschen Labor machen, Mikrobiomanalyse und so weiter. Was sind so die wichtigsten Punkte, wo ich ansetzen sollte? Aber ich glaube, man kann genug aus diesem Podcast und anderen rausnehmen und zu sagen, ja okay, da habe ich eigentlich noch eine Menge Potenzial. Also an Lebensstilfaktoren, die ich selber noch umsetzen kann. Ist mein Schlaf okay? Wie ist das Thema Stress? Also wer hat keinen Stress? Das gibt es praktisch nicht. Da kann man doch was dran machen. Definitiv. Da gibt es ja Möglichkeiten, ob man jetzt eine Meditation einbaut oder sich den Tag anders organisiert. Also es gibt Millionen Möglichkeiten, wenn man das mal erkannt hat und sagt, okay, ich mache das jetzt mal, ich zähle es mal wirklich durch, das ist wichtig. Dann kann man da was erreichen. Absolut. Das ist das Schöne. Es lohnt sich am Ende wirklich, wenn man selber was macht. Und das ist eben auch dieses Selbstmachen, nicht nur den Arzt machen lassen, sondern wie es so schön heißt, die Aktivierung des inneren Arztes in der Naturherkunde, dass man eben selber was macht, selbst aktiv wird. Das ist eigentlich das Schöne. Ja, das sind so viele kleine Stellschrauben. Da muss man, also aus meiner Perspektive ist es sinnvoll, an allen ein bisschen zu drehen, als nur an einer irgendwie voll aufzudrehen. Definitiv, ja. Und dann hat man da letzten Endes ja auch die Erfolge und die lohnen sich halt total und nicht nur, was die Haut angeht, sondern einfach die ganze Gesundheit. So, meine Liebe, wo kann man dich denn erreichen? Ja, also man kann mich in meiner Praxis zum Beispiel erreichen, in Norderstedt oder auch im Internet auf Instagram, Facebook und www.dok-dose.de auf meiner Webseite. Da kann man mich erreichen. Ich habe auch ein Buch geschrieben kürzlich, die 10 Minuten Naturmedizin. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind ja häufig Wissensriesen- und Umsetzungszwerge, wo eben neben den Kapiteln zu Ernährung, Mikronährstoffen, Bewegung, Stress, Schlaf und Leben im Einklang mit der Natur eben auch noch ein ganz, ganz wichtiges Kapitel vorweggeschaltet ist, das Gewohnheitstraining, dass man eben wirklich auch gesunde Gewohnheiten implementiert und nicht nur immer schlaues Wissen sich anliest, sondern ins Machen kommt. Und das war eben mein Ziel mit diesem Buch, dass eben an alle Menschen draußen das Wissen zu ermöglichen, aber auch in die uns umsetzen zu bringen durch diese pragmatischen Tipps und Routinen, gesunde Routinen, die man sich dadurch aneignen kann. Und ja, ich hoffe, dass man in Zukunft dann noch viel mehr gemeinsame Projekte machen kann, damit wir einfach noch mehr Menschen da draußen erreichen und die motivieren, selbst ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen. Das hoffe ich auch. Ich werde alles verlinken in den Shownotes, wie immer dein Buch, Instagram, Facebook, Webseite. Und ja, hat mich sehr gefreut. Mich auch, vielen Dank. Vielen Dank für die Inspiration, hoffentlich, die wir geben konnten hier für einen gesünderen Lebensstil, für die Haut, für den Darm, für das ganze Leben. Die Kinder. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und grüße den Kleinen von mir. Das mache ich. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao.